Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Wasteland 3. Willkommen, äh, hallo an alle, die jetzt live mit dabei sind hier auf Twitch und hallo an alle, die das auf YouTube sehen. So, unser Team ist bereit. Wir haben einige neue Teammitglieder, äh, in unserem Team, beziehungsweise die beiden, die wir nicht selber bauen können, haben wir neu. Okay, wir haben außerdem einen blauen Klon hier, äh, einen fluchenden Papagei und einen Wolf. Was braucht man mehr in seinem Super-Ödland-Krieger-Team, würde ich sagen. Also eine Cowboy-Katze, ein Wolf, ein fluchender Papagei und einen Klon, der nicht reden kann, aber ganz schön reinhaut dafür. Perfekt. So, wir sind hier noch in unserer Basis, oder? Ich erkenne gerade nix wieder. Wo sind wir denn hier? Hallo? Ach ja, genau. Wir haben noch diesen komischen Yakuza-Kerl, der uns einfach nachläuft. Ach ja, bei der Garage. Wir haben ja hier gerade noch das Flüchtlingsproblem gelöst. Die Flüchtlinge werden jetzt weiterhin und hoffentlich unter besseren Umständen hier in die Stadt geschmuggelt. Und dafür haben wir neue Mechaniker in unserer Werkstatt. Mit denen haben wir aber auch schon geredet. Deswegen wundert es mich, dass wir hier sind. Aber, jetzt mal ehrlich. Ich habe keine Orientierung. Nein, Moment, wir sind in meiner Basis, oder? Das ist meine Garage. Ja, na also. Jetzt, jetzt scann ich mich wieder aus. Mann, war echt gerade orientierungslos. Okay. Ja, letzte Woche musste ich ja wegen Krankheit den Stream ausfallen lassen. Ähm. Deswegen bin ich jetzt schon wieder draußen. Aber ihr kennt das ja, ne? Jedes Mal, wenn wir neu starten, den Stream, bin ich wieder komplett draußen. Aber gib mir ein paar Minuten, und dann bin ich wieder drin. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Wir hätten eigentlich nämlich... Ähm, wer mich nicht alles täuscht. Wartet mal, wir bräuchten ein Upgrade für unser Auto, damit wir vor Strahlung geschützt sind, ne? Aber das haben wir jetzt gar nicht, befürchte ich. Weiß auch nicht, ob ich das kaufen kann. Ah, Strahlungsresistenz Level 1. Sehr gut. Aber was haben Strahlungsresistenz Level 2? Das haben wir aber auch installiert, ne? Genau. Wir haben jetzt Strahlungsresistenz Level 2. Das ist super gut. Weil jetzt können wir in Gebiete fahren, in die wir vorher nicht konnten. Jetzt können wir nämlich auch hier die Mission machen, dass wir in die alte Monsterbasis vordringen. Die wollte ich doch eigentlich beim letzten Mal schon machen. Genau. Den alten Monsterarmee-Bunker und die Filmrollen darin finden. Das machen wir jetzt. Neues, upgradetes Superauto mit Clownskanone. Wollen wir los? Das wird cool. Hallo, Chris Game. Wie geht's? Braucht man dafür nicht eigentlich Level 3? Äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das kann sein. Wäre schade. Aber ich versuche es jetzt einfach mal. Mit unserer Panzerung Level 2. Ich meine, irgendwas wird die schon bringen, ne? Ob wir jetzt direkt zur Monsterbasis können, zum alten Monsterbunker, weiß ich natürlich nicht. Aber das werden wir rausfinden. Ansonsten haben wir genug andere Anlaufpunkte. Ich bin schon auf unsere zwei neuen Teammitglieder gespannt. Wo sind wir denn jetzt? Was bist du denn? Hof der Gett-Familie. Ich kann mich erinnern. Da waren wir schon. Ich hätte so gerne einen Zufallskampf oder irgendwas, dass wir unsere neue Clownskanone mal testen können. Oh oh. Feinde gesichtet. Ah, danke. Die Videospielgötter haben mein Flehen erhört. Das gefällt mir. Mir geht's ganz gut. Bin etwas aufgeregt. Wem Freitag habt ihr ein Vorstellungsgespräch. Oh, da drücke ich dir die Daumen. Wo? Oder nur so... Ich weiß nicht, wie viel du preisgeben willst. Musst du jetzt nicht schreiben. Aber nur so vom... vom ungefähren Gebiet her. Als was? Einige Pajassos versuchen, ihr Clowns-Auto anzuschieben. Durch ihre Clown-Schuhe haben sie keine Bodenhaftung. Ähm. Ich würde sagen, wir machen einen hinterhältigen Scheiß. An sie heranschleichen. Weil wir's können. Ach, du wechselst den Busbetrieb. Okay. Also du bleibst in der gleichen Tätigkeit. Hallo, der Dum-Dum. Äh, Dum-Dum. Wie geht's? Ich hab mir das Spiel für 20 Euro in der Day-One-Edition geholt. Ja, ich hab das Spiel schon oft angefangen. Aber nie weit gespielt. Weil ich mir immer schon gedacht hab, so... Ah, das wär vielleicht was zum Streamen oder für den Kanal halt. Und deswegen hab ich immer nur so die ersten paar Stunden gespielt. Fand die aber immer super. Und hab mir immer gedacht, ach, das muss ich mal weiterspielen. Jetzt machen wir's endlich. Äh, aber ich find's schon wirklich super. Super, super gut. Gefällt mir sehr gut. Okay. Überfallen wir die Clowns. Können wir sie mit ihren eigenen Waffen schlagen? Ha, 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 ha. Ihre eigene Clowns-Kanone. Ich glaub, das ist wirklich ne Blaupause, die wir aus dem Keller, wo die Clowns ihr Lager aufgeschlagen haben, uns geholt haben. Nein! Suizid-Schweine. Da müssen wir echt aufpassen. Moment mal. Warum steht mein Team hier... Ach so. Die haben auch ein Auto. Na, okay, okay, okay. Jetzt verstehe ich. Äh, Waffenwechsel. Und dann fangen wir an. Abraxel hat einfach die besten Eröffnungsschüsse. Finde ich immer gut. Kannst du zufällig nochmal schießen? Nein. Schade. Doch, wartet. Mit dem Flammenwerfer geht's nämlich. Haben wir da die Reichweite? Ja, na dann. Los geht's. Ah, das war ja mal... Das war ja mal nicht wirklich gut. Bei 55% Trefferschance hätte ich gehofft, dass wenigstens vielleicht irgendwie ein Schüsschen trifft. Aber wisst ihr was? Ganz genau. Wie wär's denn mit unserem eigenen Clowns-Auto? Wenn wir schon gegen die Clowns kämpfen? Dödöd. So. Einer weniger. Sehr gut. Jetzt kann ich leider, das hab ich total vergessen, äh, Tierezählen gar nicht mehr einsetzen bei Abraxe, ne? Vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, wie... Ah ja, genau. Ich erinnere mich. So, Basti hat das neue super Scharfschützengewehr. Sind die jetzt schon böse, die Schweine? Die brennen ja noch nicht, ne? Ich glaube, die greifen uns grundsätzlich noch nicht an. Da oben haben wir das Clowns-Auto. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hm, die Schweine will ich gar nicht angreifen. Aber gehen wir mal hier mit unserem Scharfschützen in Deckung. Welches Kanalprojekt von Wasteland 3 meinst du denn eigentlich? Ich glaube, da habe ich noch gar nichts angefangen zu Wasteland 3, oder? Habe ich da mal ein Special-Video dazu gemacht? Ich wüsste es gar nicht. Wie wäre es, wenn wir hier mal schauen, was der eigentlich kann? Erfolgreichen Visieren? Ja, ja, genau, genau, genau. Hielen wir mal. Hier machen wir mehr Schaden. Hier haben wir die Chance auf Immobilisierung des Ziels. Vielleicht ganz cool, ne? Versuchen wir mal die Ketten kaputt zu schießen mit unserem Scharfschützengewehr. Why not? Ein Let's Play. Ach so, doch, doch. Das Let's Play läuft. Das nehmen wir hier gerade auf im Grunde. Da gehen die Folgen weiter. Da habe ich eine noch auf der hohen Kante, die ist noch nicht hochgeladen und jetzt kommt die nächste quasi. Das schon. Das Projekt geht weiter. Felgen. Aber da machen wir halt nur jede zweite Woche im Durchschnitt einen Stream. Deswegen dauert das halt ein bisschen länger. Das ist ein längeres Projekt. Yeah! Ach so, Widerstand gegen beschädigte Räder. Das ist nicht so toll, aber trotzdem cool. So, Widerla. Ähm. Wer darf denn jetzt? Fallen Crusader. Das wäre jetzt eigentlich ein guter Kampf für Fallen Crusader, muss man schon sagen. Gegen das Auto wäre er eigentlich gut ausgerüstet. Aber ich... Ja, ja, gut. Na, es ist... Es ist gefährlich. Aber er kann mal da hingehen und dann mit seiner kleinen Pistole sogar noch mal schießen. Nein, weil nicht genug Reichweite. Doch, gerade so. Na, dann mach das. Genau, weil durch die Mikrowellenbeschleunigung macht er ganz schön guten Bonusschaden gegen Autos. Das ist cool. Ich hab die Playlists vor einiger Zeit ganz schön aufgeräumt. Leider macht's einem YouTube echt nicht leicht. Ich weiß nicht, was da bei dem schiefgelaufen ist bei YouTube. Ich weiß nicht, warum die einem das Leben so schwer machen, gerade wenn's ums Playlist-Management geht. Dann nehmen die einem echt nützliche Funktionen weg und bieten keinen Ersatz. Das ist wirklich nicht cool. Aber ich hab vor kurzem erst mal wieder aufgeräumt, die Playlists. Mach ich immer wieder mal. Ich weiß schon, die sind leider nie wirklich up to date. Aber alle paar Wochen mach ich so eine gründliche Playlist-Inventur in der Regel. Wir könnten ihn jetzt einfach auf Overwatch stellen. Das mach ich auch. Das werd ich jetzt wahrscheinlich mit einigen Figuren machen. Weil die Schweine will ich gar nicht angreifen. Die haben niemanden irgendwas getan. Ich befürchte nur, dass jetzt die Overwatch-Figuren die angreifen werden. Aber gut. Idolem! Idolem, willst du wirklich im Nahkampf gegen das Clownsmobil gehen? Ich glaub, Idolem will das. Oh ja! Idolem hat ja sogar eine Elektro-Lanze. Perfekt gegen Maschinen und... Ah! Braucht aber zu viele Aktionspunkte. Aber wisst ihr was? Ist kein Problem. Dann gehen wir auch hier hin. Mit unserer Elektro-Lanze in der Hand. Falls uns das Auto überfahren will, hauen wir's! Na schade, die Schweine sind tatsächlich schon Feinde. Ah ja. Aber die sprengen sich jetzt nicht in die Luft, oder? Nee. Die hauen uns nur ein bisschen. Na dann. Da, unsere Tiere und unser Clown sind dran. Äh, schon super. Armes Schweinchen. Aber jetzt passt auf. Zumindest das andere Schwein kann ich wahrscheinlich retten. Das ist jetzt einer von uns, Schwein. Einer von uns. Sehr gut. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir sollen doch unser Auto auf das andere Auto schießen, oder? Wir fahren zwar jetzt einigen unserer eigenen Teammitglieder Deckung kaputt, oder zumindest unseren Scharfschützen, aber das haut halt rein. Yeah. Oh, sehr schön. Okay. Der Nächste, bitte. Ah, Braxe. Vielleicht nicht mit dem Flammenwerfer. Obwohl, ich glaube, der ist sogar... Nee, kein Flammenwerfer. Ach so, geht nur Flammenwerfer, klar. Na, dann machen wir Flammenwerfer. Kleinvieh macht auch Mist. Idolem! Hau das Auto einfach kaputt mit deinem Elektrostab. Hu, 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 hu. Meine Güte! Meine Güte! Hat das Schaden gemacht? Habt ihr das gesehen? Ich hab nicht gesehen, wie viel es jetzt genau war, aber die Leiste von dem Auto war nicht so leer. Nicht so leer, dass ich dachte, ein Schlag von Idolem mit der Elektrokeule macht gleich das Auto kaputt. Holy moly, das war ziemlich cool. So, leider waren hier kaum Gegner außer das Auto. Deswegen haben wir auch kaum was bekommen. Aber, nee, wartet mal, schauen wir uns vorher noch ein bisschen um. Es könnte ja sein, dass hier noch Kisten oder sowas rumstehen. Zumindest eine Runde sollten wir schon schnell durch das Camp drehen. Ach, unser Auto ist einfach so mächtig. Das ist so cool, wenn man sein Auto mitnehmen darf in die Kämpfe. Wenn man damit einfach so übermächtig ist. Die eine Hälfte der Gegner wird überfahren, die andere Hälfte wird mit dem Gatling-Geschütz einfach weggeputzt. Das ist schon sehr gut. Hast du jetzt einfach mal alte S-CDs? Was sind denn CVS-CDs? So, da, la. Weiter zur Monster-Armee. Schauen wir mal, ob wir da mit unserem Radioaktivitätsschutz schon hin können. Es wird radioaktiv. Wir kriegen keine Warnmeldung, dass wir umdrehen müssen. Ja, wir können hier im radioaktiven Gebiet jetzt rumfahren mit unserer neuen Rüstung. Das ist cool. Dann erkunden wir hier doch einfach mal ein bisschen. Was haben wir denn zum Beispiel hier? Die O'Larry-Family. Ein hagerer Mann. Hey, ihr lebt hier voll in der radioaktiven Zone, O'Larrys. Ich weiß nicht, ob ihr das gut findet. Ach, alte Computerbild-Spiele-CDs. Aha, okay, okay. Ich habe da auch noch so eine Spindel voller alter CDs vor mir rumliegen. Ich habe nicht mal mehr irgendwas mit einem CD-Laufwerk. Ich... Irgendwo haben wir ein externes Laufwerk, aber ich wüsste nicht mal wo. Ein hagerer Mann in einem überladenen alten Truck starrt euch an, als ihr euch nähert. Seine hagere Familie sitzt neben ihm. Hallo. Mein Name ist O'Larry. Wir... sagen... Sie sind die Rangere. Die Saviöre der Refugier. Wir sind glücklich, dich zu sehen. leise, der O'Reilly. Ne, den versteht man ja kaum. In Wahrheit, ich war das an deinem HQ, wenn wir den CO Springs hatten. Aber du bist hier, also... hier geht's. In any way, wir haben noch eine Zeit gebraucht. Wir hoffen, wir können dir ein paar Dinge für Geld... Hey, Katka, hallo. Er kramt hinter seinem Sitz herum und reicht euch eine Reisetasche. Ähm... Naja, wenn wir schon eine Arschkriecher-Option haben, dann nehmen wir die auch mal. Ihr Flüchtlinge wurdet nicht fair behandelt. Wir werden uns um euch kümmern. Er redet so leise und der sollte echt irgendwie nicht hier in dieser radioaktiven Zone mit seiner Familie leben, denke ich. Aber wer weiß. Was weiß ich schon. Wie sieht's aus im Osten? Na gut, stehlen werde ich den jetzt nix. Da lass uns handeln, schauen wir mal. Schauen wir mal, was der so hat hier. Was ist denn das? Plasma-Kapsel- Rüstungs-Mod. Okay. Nee. Können wir nicht mal einbauen, weil wir schlechte Rüstungs-Modder sind. Jetzt, wo unsere Haupt-Rüstungs-Modderin auf der Ersatzbank sitzt. Ich glaub, wir brauchen nix. Aber trotzdem, danke. Tschö. Ah, wartet mal. Stopp. Müll verkaufen. Ja. Tschö. Na dann. Weiter geht's. Vielleicht, vielleicht sind die irgendwie immune. Oh. Wird's hier noch radioaktiver. Essen die Hirsche hier gerade irgendwie einen riesen Fleischhaufen. Ups, das wollte ich nicht. Entschuldigung, aber scheinbar sind das fleischfressende Hirsche. Ich hoffe, die sind wenigstens so ein bisschen Kannibalen. Dann kann wenigstens der eine, den ich jetzt versehentlich überfahren habe, essen. Der ist dann nicht umsonst gestorben. Okay, jetzt fahren wir erstmal zum Bunker, bevor wir uns hier weiter umsehen. Und suchen da die alten, alte Schallplatten, oder? Suchen wir hier. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Was ist denn das hier? Ein Zeltlager. Das könnte eine Jagdhütte sein, aber hier sind keine Jäger. Die, die stört das nicht, oder? Was? Über Nacht bleiben und erholen. Ich glaube, wir brauchen eigentlich nichts dafür. Aber ich mache es mal, weil vielleicht passiert dann was. Bleiben wir hier mal in dieser radioaktiven Zone, außerhalb von unserem verstrahlend geschützten Auto, in irgendwelchen Zelten über Nacht. Was könnte möglicherweise falsch sein? Was für eine Erleichterung. Wir sind in Pause gebraucht. Erste Hilfe. Oh, Verletzungen. Heile ich damit die permanenten Verletzungen, weil das wäre ziemlich gut. Jedem, der verarztet wurde, geht es etwas besser. Na ja, fahren wir weiter. So, da sind wir. Aspen. Ich glaube, ich speichere mal schnell. Vorsicht salber. Und dann schauen wir mal, gehen wir in das Gebiet. Los geht's. Aspen. Ah, was haben wir denn hier? Eine Stelle zum Graben. Ein bisschen Geld und ein bisschen altes Tassentuch. Computer-Hacken 4, das können wir zum Glück ohne Probleme. So einen ähnlichen Eingang, den wir noch nicht öffnen konnten, haben wir auch in unserer Basis. Da bin ich gespannt, was sich da dahinter noch verbirgt. Oh, oh, ich sehe schon Killer-Roboter. Blut am Boden und Killer-Roboter. Na dann. Los geht's. Hey! Hey! Das wird ein Spaß. Ähm... Flammenwerfer. Hey. Moment, jetzt habe ich ja doch den Flammenwerfer benutzt. Das wollte ich nicht. Ich habe mich gerade vertan. Hab mich verguckt. Ist aber egal. So, jetzt passt auf. Ähm... Fallen Crusader. Du bist unser... Mechaniker, Hacker, alles Mögliche. Hacken wir doch mal einen von diesen Sägewelpen. Unser Team. Ja, das ist doch schon mal gut. Dann schießen wir noch auf einen. Aber einen, der nicht gehackt ist. Na dann. Hä? Warum hat denn der so eine Aura? Wirklich? Warum ist denn da so eine Aura am Rand? Hat er zu lange kein Alkohol mehr getrunken? Oder was ist mit Scotchmo? Ein Roboter-Killer ist er, das Scotchmo. Das ist mit ihm. So. Der Nächste, bitte. Sie ist doch auch so ein bisschen mechanikermäßig unterwegs, ne? Ob sie nicht auch hacken kann? Ich habe mir ihre Skills. Doch, wir haben uns die eigentlich schon angeguckt. Ich habe sie nur vergessen. Nein, die kann auch Tiere zähmen. Ja, genau. Reduziert Ausweichrate des Gegners. Ich glaube, das brauchen wir nicht unbedingt, oder? Schauen wir mal. Wie? Nicht schlecht. Okay, das ist wieder ein Fall für die Elektro-Lanze hier, würde ich sagen. Hey, wo ist denn eure Stromversorgung? Ist das eure Stromversorgung? Mechanik 5 hätte theoretisch irgendwer, glaube ich. Nein, nicht daneben hauen, Idole. Treffen. Nein, jetzt haben wir nicht mehr genug Aktionspunkte, oder was? Come on. Das war nix. Es kommt davon, wenn der etwas länger nix getrunken hat. Ach, wirklich? Ach, guck. Das ist ja witzig. Habe ich mir schon gedacht. Der arme Scotchmo. Müssen wir mit Alkohol versorgen. Ich meine, er hat ja selber gesagt, er hat keine Leber mehr. Was konnte da noch schief gehen, oder? Insofern, da muss man sich keine Sorgen machen. Hat er an alles gedacht. So, der La... Äh, äh. Bam. Das neue Scharfschützengewehr ist gut. Mich ärgert es aber trotzdem, dass der gerade nicht genug Aktionspunkte hat, dass er in der ersten Runde zweimal schießen kann. Schade, schade, oder? Schau dir mal The Rift Breaker auf Steam an. Das könnte was für dich sein. Ah, das kommt mir sehr bekannt vor. Hey, ist das zufällig das, wo man so eine Frau in einem Mech spielt und dann irgendwie gegen Horden von Gegnern kämpft, aber gleichzeitig Basenaufbau betreibt? Ist das das? Das heißt zumindest so ähnlich. Das habe ich nämlich vor ein paar Tagen, also das, das ich jetzt meine, ich weiß nicht, ob es das Gleiche ist, habe ich vor ein paar Tagen mal kurz angespielt, war dann aber schon so müde, dass ich wirklich ungelogen nach 10 Minuten einfach wieder ausgemacht habe. Und jetzt hänge ich gerade bei, bei Judgment. Das ist nämlich echt eine witzige Geschichte. Ich fand ja Yakuza Like a Dragon total super und mag die Yakuza-Spieler grundsätzlich gern. Und habe mir gedacht, ach guck, jetzt ist doch dieses neue Yakuza-Spiel rausgekommen. Das kaufe ich mir jetzt mal für die Playstation. Dann habe ich in den Shop geguckt und habe gesehen, ach, das kostet sogar nur 30 Euro. Das ist ja voll günstig. Jawohl, das kaufe ich mir jetzt. Und dann habe ich gemerkt, ach so, das ist Judgment, das alte Spiel, das ein Remake jetzt bekommen hat, aber nicht Lost Judgment. Das neue, das ich mir gern gekauft hätte. Jetzt habe ich quasi versehentlich den Vorgänger Judgment von Lost Judgment gekauft, das ich eigentlich gern gehabt hätte. Und jetzt spiele ich das halt. Ist ja auch nicht schlecht. Ähm, aber ja, genau. Bei dem bin ich jetzt gerade, dass ich gerade Judgment auf der Playstation 5 spiele. Deswegen bin ich jetzt nicht dazugekommen. Aber ist das das? Das Kampfsystem erinnert mich an Mario und Rabbit Kingdom Battles. Hier jetzt? Ja, ich meine, klar, ist ja auch ähnlich. Ich meine, damals, der XCOM-Reboot hat ja hier im Grunde das rundenbasierende Genre schon sehr neu geprägt, ne? Das alles auf so, äh, dass die APs quasi sehr stark reduziert sind, dass Charaktere nicht mehr irgendwie 100 APs haben. Und ein Angriff mit der Waffe kostet 75 und mit der anderen Waffe 13 und aufstehen kostet auch noch was. Und dass da alles sehr simplifiziert ist, dass jeder eine Handvoll AP hat, dass klare Kosten für alles Mögliche da sind. Und diese, diese viereckigen oder auch Hexagonalfelder, das ist ja quasi durch den XCOM-Reboot sehr populär geworden. Und daher orientiert sich halt sowohl Rayman Rabbids als auch jetzt hier Wasteland sehr stark dran. Ich mag das auch gerne. Ich mag auch wirklich so alte, eher so hardcore-ige, äh, survival-horror wollte ich schon sagen. Rundenbasierte Kampfmechanik, wo man wirklich mitrechnen muss und jeder Zug irgendwie zwei-, dreimal überdacht und, ne, werden muss. Sag ich auch. Aber das ist eher was, da muss ich mich wirklich in Ruhe hinsetzen und muss wirklich mitdenken. Und da, da ist mein ganzer Fokus drauf. Und hier jetzt so, dieses Kampfsystem ist halt schon ein bisschen casualiger, nicht so tiefgehend. Aber dafür kann man es halt auch echt schön nebenbei spielen und einfach so ein bisschen entspannter das Ganze. Mag ich beides sehr gerne. Ich bin da weder so der Hardcore-Purist noch irgendwie der, der, ähm, das Alte mit dem Alten gar nichts mehr anfangen kann. Ich fand, beides hat für mich keine Vor- und Nachteile. Und kommt immer ganz auf die Situation drauf an, der ich grad bin. Was ich lieber mag. So, looten wir mal. Geschmolzener Kondensator, geschmolzener, geschmolzener. Klinge, Müll, Müll, Müll. Okay. So. Hacken wir mal den Generator. Ich glaub, Generator hackt man technisch gesehen nicht wirklich, aber ihr wisst schon, was ich meine. Mal schauen, wir mal noch mal kurz. Ich mein, vielleicht ist es ein computergesteuerter Generator mit Interface oder so. Dann hackt man den unter Umständen schon. Sieht aber nicht so aus. Geben wir jetzt erst, durch welche Tür gehen wir jetzt erst? Ich speichere erst. Erstmal schnell speichern, vorsichtshalber. Ich würde Judgment immer noch unter das normale Yakuza-Reihe ranken. Unter der normalen Yakuza-Reihe. Ja, genau. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden hab, ist die Idee so ein bisschen, dass quasi Yakuza jetzt offiziell mit rundenbasierendem Kampfsystem wie Like a Dragon weitergeht und Judgment als Spin-Off so ein bisschen das alte, klassische Yakuza-Gameplay fortsetzen. Ich mag beide echt gerne. Ich mag, glaube ich, Like a Dragon ein bisschen mehr noch als Judgment, aber ich finde, beide sind sehr coole Reihen. Das ist ja großartig. Also ich weiß noch nicht mal, was der macht, aber das klingt ja großartig. Ähm, neue Fähigkeit verfügbar Elektrohelm. Stoße eine Explosion von elektrischer Energie um den Träger herum aus. Aha, aha, aha. Das schauen wir doch dann gleich mal. Notiz-Monster-Armee. Eine alte, eine alte, zerknitzerte Motiz. Eine zerknitzerte Motiz, ganz genau. Die Tinte ist verblasst, aber lesbar. In der unteren Ecke befindet sich eine Briefmarke, die einem Paar Dracula-Zähne ähnelt. Eine MP-Granate. Ein langweiliges Ödlandgewehr. Munition, Munition, Geld, Müll, Müll und ein Mod. Ein Waffen-Mod. Na ja, dann. Geld und eine Uhr. Und jetzt haben wir hier einen Schalter, der irgendwo irgendwas gemacht hat. Hochinteressant. Der Dungeon hier ist anscheinend noch wesentlich größer, als ich dachte. Aber jetzt muss ich mir mal kurz den Elektrohelm anschauen, weil der könnte was für Fallen Crusader sein. Fallen Crusader hat gerade erst den neuen Erfinderhelm hier bekommen. Wie heißt er? Chemtech-Helm. Aber jetzt ist vielleicht Zeit für den Elektrohelm. Gegenstände vergleichen linker Stick. Links ist da. Dass ich nicht wieder versehentlich die Kategorien durchschieße. Okay. Der Chemtech-Helm ist schon in vielerlei Hinsicht sehr viel besser. Vor allem, wenn es um Panzer rum geht. Und diese Fähigkeit, die drei Aktionspunkte kostet und so einen elektrischen Puls um einen herum macht, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht super spannend. Ich würde gerne mal sehen, wie er aussieht. Ich meine, der Stylisch ist er. Da kann man nichts sagen. Aber der ist besser. Hilft nichts. Sehr schön. Wie so eine umgedrehte Salatschüssel mit ein paar Dingsi. Die Kondensatoren-Dingis drauf. Hey, Abraxa hat ein Level-Up. Das ist doch schön. Machen wir doch vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Ja, warum nicht? Kann man immer brauchen. Und... Mehr schwere Waffen. Doch, doch. Ist okay. Machen wir mehr schwere Waffen. Und... Überhitzt das Fahrzeug eines Gegners mit einem Flammenwerfer. Oh, das klingt... Das klingt schon gut. Ich glaube, das nehmen wir. So. Und dann haben wir hier auch nochmal den Basti, der aufgestiegen ist. Der kriegt... Bisschen mehr... Achtsamkeit. So ein Scharfschütze kann immer Achtsamkeit brauchen, würde ich sagen. Und... Oh, weiß ich gar nicht so recht. Ist Basti wirklich unser Erste-Hilfe-Mensch? Ich glaube schon, ne? Der ist unser Sanitäter. Dann kriegt er hier einen Punkt. Sanitäter. Und er ist auch unser Rüstungsmodder. Und unser neuer Waffenmodder. Verzeihung. Jetzt, wo ich die Lucy herausgeworfen habe, ne? Machen wir hier auch noch ein bisschen. Okay. Der hat halt gleich so viele Spezialisierungen jetzt auf einmal, ne? Das ist natürlich schon doof. Naja. Wo ist das Problem, dass du Judgment geholt hast? Ist doch auch ein super Spiel. Ja, im Nachhinein finde ich sogar ganz cool, dass ich mir jetzt versehentlich erst das Remaster von Judgment geholt habe. Und quasi erstmal dem Vorgängerspiel. Aber ich wollte mir halt eigentlich No-Judgment kaufen. Das ist das Lustige. Aber jetzt im Nachhinein habe ich überhaupt kein Problem damit. Weil jetzt spiele ich erstmal das. Und dann kann ich mir immer noch No-Judgment, ja. Äh, kaufen. Lost. Lost Judgment. Ja, genau. Insofern ist das eh gut ausgegangen. Aber ich finde es halt einfach lustig, dass ich das falsche Spiel kaufe. Und ich habe es erst gecheckt, nachdem ich schon ungefähr vier Stunden oder so gespielt habe. Das ist schon, schon, schon schön. Ich habe echt noch nie ein Tabletop-Spiel gespielt. Ja, dumm, dumm. Ich glaube auch, das wird mir gefallen. Aber es hat sich nie ergeben. Im Endeffekt... Habe ich... Habe ich... Pen & Papers gespielt. Und ich habe... Ich spiele sehr gerne, schon lange nicht mehr, aber habe früher sehr gerne Arkham Horror gespielt. Das zählt nicht wirklich als Tabletop, aber so ein bisschen, ne. Es ist so ein Softcore-Tabletop-Pen & Paper-Spiel. Das mag ich... Das mag ich sehr gerne. Ähm... Machen wir jetzt so einen besseren Sanitäter. Und weiter geht die Erkundung. Ein neues Rezept entdeckt. Verbandskasten. Aha. Das ist gut. Können wir bestimmt öfter brauchen. So, jetzt passt mal auf. Hier sind wir reingekommen, ne. Dann... Gehe ich jetzt mal durch... Oh, ein Toaster. Den habe ich ja vollkommen übersehen. Für was können wir denn so gut Toaster reparieren? Ein... Was der sinnliche Toaster. Ein Wissensbuch. Okay. Verklebt mit den Erzeugnissen enthusiastischer Nutzung. Bieht das Ding aus wie eine Sexanleitung. Äh... Außer, dass alle Abbildungen explizite Zeichnungen eines Toasters sind. Okay, warum nicht? Toast. Sehr gutes Nahrungsmittel. Hallo, Entengamer. Wie geht's? Grüß Gott. Ein Rüstungsmod und ein bisschen Geld. Sehr schön. Okay, jetzt gehen wir erstmal hier. Durch die Tür. Unser Trupp ist schon so riesig, ey. Oh, oh. Eine Falle entdeckt. Glück können wir ganz gut Fallen entschärfen. Aber hier sollten wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Noch eine Falle entdeckt. Müll. Blut auf dem Boden. Was ist denn hier eigentlich los? Hey, aber bevor wir jetzt... Ich glaube, fast hier geht's weiter. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Gehen wir nochmal zurück dahin, wo gehackt ist die Tür, wo wir den Generator aufgemacht haben. Was, wenn in der Fallout-Serie das Wettz ein... Ach, in der Fallout-Serie. Ach so, jetzt verstehe ich. Die echte Menschenserie. Wenn die da Wettz einbauen, müsste dann das nicht... Ich kann nicht lesen. Müsste die Schießerei nicht wie ein Matrix aussehen, ist die Frage. Ich stelle mir das eigentlich eher so vor, dass Wettz quasi einfach nur so ein Zielsystem ist. Damit man einfach sehr genau zielen kann. Diese Zeitlupe oder dass die Zeit stehen bleibt, ist wahrscheinlich nur so eine Hilfe für den Spieler. Aber im Endeffekt muss man sich vorstellen, dass Wettz mit dem Herrn des Pistolenanwenders verbunden ist. Und dem dann dabei hilft, exakt sein Ziel zu treffen und seinen Arm richtig zu bewegen. So stelle ich mir das zumindest eher vor. Bitte nicht da reinlaufen. Nein! Oh, Gott sei Dank. Der Hund, der Wolf, wäre beinahe reingelaufen. Oh, meine Güte. Ich meine, es macht doch mehr Sinn, den Vorgänger zu holen. Oder ist der Teil nicht mit den Alten verbunden? Doch, doch. Der baut sogar direkt auf dem Alten auf. Also es macht nachträglich betrachtet eh voll Sinn. Ich hatte es nur überhaupt nicht auf dem Schirm überhaupt. Oh, oh. Wir wurden entdeckt. Der Kampf hat begonnen. Die dürfen anfangen. Das ist gemein. Private Jodie Bell darf jetzt den ersten Zug machen. Aber dann kommen erst mal die Bots dran, leider. Und sie kann zwar Tiere besänftigen, aber leider keine Roboter hacken. Naja, dann müssen wir jetzt eine Runde Attacken einfach aushalten. Ja, hilft nix. Kann man nix machen. Wird schon nicht so... Oh! Ich wollte gerade sagen, wird schon nicht so schlimm werden. Tja. Wow! Das hat schnell gescheitert. Meine Güte. Da bin ich denen ziemlich in die Falle gegangen. Sagst du das Game auf dem PC mit Controller oder auf der Xbox? Und wenn Xbox, auf welcher? Ich spiele das Spiel Wasteland 3 hier gerade auf der Series S. Ach so, genau. Hier habe ich glaube ich gesagt, wir gehen erstmal zurück noch. Ja, genau. Hä? Ach so, das ist nur ein Fehler, weil jetzt nur geladen wurde. Nee, dann passt schon. Auf der Series S spiele ich das mit Controller. Ja, gut, logisch. Na gut, ich glaube man könnte auch auf der Xbox theoretisch, ne, einen Controller anschließen. Äh, ich bin aus Natur, meine ich. Ich kann nicht gleichzeitig hier, äh, mich auf den Kampf vorbereiten und reden. So, da, la, jetzt haben wir gleich mal ein bisschen, ein bisschen bessere Ausgangssituation. Jetzt hole ich gleich mal unseren Fallen Crusader. Und der hackt jetzt gleich mal einen von diesen Robotern. Ja, ruhig den hinteren. Der vordere ist eh schon so angedatscht. Sehr gut. Jetzt in Deckung gehen. Und auf den schießen. Na dann. Das war schon eine wesentlich bessere Eröffnung als beim letzten Mal. Und jetzt haben wir noch alle anderen hier im Team. Das ist perfekt. Es gibt nichts Schlimmeres, als in einem Spiel ein Gebiet erkunden zu wollen und dann ausversichtlich zum nächsten Checkpoint zu laufen, wo man nicht mehr ins alte Gebiet zurück kann. Ja, furchtbar, oder? Das finde ich auch so nervig. Ich, ich finde das so gut. Manche Spiele machen das ziemlich gut, dass man als Spieler intuitiv erkennt, okay, hier geht's weiter, beziehungsweise, okay, hier, ähm, ist ein optionaler Weg. Und das finde ich super wichtig. Mich nervt das so sehr, wenn man quasi nicht mehr zurück kann und eigentlich erkunden wollte, und nur versehentlich quasi den richtigen Weg gegangen ist. Wurchtbar. Da könnte ich neu laden. Habe ich auch schon oft gemacht, deswegen. Ah, das neue Scharfschützengewehr macht schon gut Schaden. Vor allem gegen elektrische Gegner. Wenn der halt nur einfach öfter als einmal schießen könnte, es wäre der Hammer. Was ist eigentlich mit dir los, Scotchmo? Warum hast du so wenig Lebensenergie? Was ist dir denn passiert? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Was hast du da eigentlich für... Übelkeit? Aktionspunkte? Ah. Nee. Ich dachte schon, dass es, weil er Alkoholiker ist, aber kann nur durch No Glow aufgehoben werden. Was ist denn No Glow? Weiß nicht, ob wir das haben. Aber jetzt hat er leider weniger Aktionspunkte, ne? Das ist schon schade. Sehr gut. Okay. Ah ja, Idolem. Ich hätte ja fast vergessen. Das ist ja super. Da können wir nämlich höchstwahrscheinlich mit Idolem noch den da kaputt hauen. Naja. Idolem braucht dringend mehr Genauigkeit. Der würde so reinhauen im Nahkampf, wenn er nur treffen würde. Nein, komm mal, mit zwei HP überlebt der jetzt. Das ist ja gemein. Tja. Haben sich zwar noch in die Luft gesprengt und noch ein paar von meinen Leuten kaputt gemacht, aber zum Glück haben die meisten den unbeschadet überlebt. Ist nur ein Kratzer, würde ich sagen. Okay, wir brauchen unseren Heiler-Basti. Nehmen wir doch mal Verbandskasten und verarzten mal ein paar. NoGlow ist einfach ein Consumable für Strahlung und Mutation. Aber ich glaube, so was habe ich gar nicht. Aber da schauen wir mal. Vielleicht kennt es nur nicht vom Namen her. Schauen wir gleich mal. Aber erst mal verarzten wir ihn. So, wartet mal. Irgendwer Idolem, aber irgendwer Ach so, er selbst. Ja, genau. Er könnte sich auch selbst verarzten. Nicht nur immer alle anderen. Genau, das ist eine gute Idee. So, Dalla. Jetzt schauen wir aber gleich noch mal mit dem Äh Was ist das eigentlich? Wie heißt das Ding? Mit dem Verletzungskasten. Bei ein paar Leute haben auch schon permanente Verletzungen, die wir mal wieder verarzten könnten. Wenn wir schon dabei sind. Hier unser letzter. Wer hat denn noch was? Keiner? Ne, doch. Sehen wir nicht. Aber hier, Abraxe und Idolem haben beide noch permanente Verletzungen. Da gucken wir mal schnell, ob ich nicht vielleicht. Das ist auch was. Das nervt mich an Spielen grundsätzlich, weil wir gerade schon beim Erkunden waren, das nicht deutlich angezeigt wird, dass man nicht auf Pause drücken kann. Warum? Bei Wasteland 3 macht es doch nicht mal Sinn. Ich weiß, man kann das theoretisch im Koop spielen. Aber warum kann ich das Spiel nicht pausieren? Was soll denn das? So was nervt mich. Auch hier in dem Menü ist keine Pause. Theoretisch könnte ein Gegner jetzt quasi auf unsere Gruppe treffen und uns attackieren. Da ist ein rundenbasierendes Spiel. Es wäre es nicht so schlimm, aber mich nervt es einfach. Ich möchte bitte pausieren können, wenn das Telefon klingelt oder wenn ich aufs Klo muss oder aus welchen Gründen auch immer. Lasst mich bitte einfach pausieren. Und wenn es nicht gerade ein MMO-RPG ist, dass ich das spiele, habe ich wirklich so gar kein Verständnis dafür, wenn ich nicht pausieren kann. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte gucken, ob ich... Ah ja, wir können hier auch mal gucken. Hier was... Hier können wir... Ah, schade, fast. Ich dachte schon, wir können diesen rätselhaften Gegenstand herstellen, aber leider fehlt noch ein seltsam geformter Behälter dafür. Schade. Heilung, Verletzungskasten. Die kann man einfach nur aus Schrott herstellen. Das ist ja super. Machen wir mal den... So, da, da, da. Das ist ja nicht ganz oben, dass sie neu sind. Ausrüsten. Aber wenn wir schon dabei sind, dann... heilen wir Abraxe auch noch. Und, stimmt, wenn wir schon dabei dabei sind, schauen wir mal, ob wir NOMO haben. NOMO, das dürfte, wenn, dann hier dabei sein, ne? Gegengift. Ne, ich glaube, NOMO haben wir nicht. Wir haben... Toast. Toast ist auch ziemlich gut. Rhino. Oh, guck. Was war das? Zeit. Der geheimnisvolle Aktenkoffer. Hey, ich bin so gespannt, ob die Story noch mal weitergeht, ne? Wir haben den bekommen und der hat uns gesagt, wir sollen ihn aufbewahren und niemals öffnen. Bis jetzt habe ich ihn nicht geöffnet. Ich bin sehr versucht, aber ich lasse ihn mal zu. Aber wisst ihr was? Trink mal ein... ein... Buris. Dann geht's dir vielleicht besser. Und? Geht's dir besser? Was hat er denn jetzt? Er ist jetzt ein Rabauke mit mehr Nahkampfschaden und er kann Drunk-Fu. Na gut. Aber, hey, mir fällt gerade auf, dass er noch nicht mal Hosen anhat. Haben wir wirklich keine Hosen, die er tragen kann, die irgendeinen Effekt hätten? Nee, tatsächlich nicht. Wir haben nur diese komischen Strapse, die nix bringen. Die Piss-Baby-Sex-Stiefel. Ähm. Ich glaube, wenn das so ist. Hi, Löffelkreis. Hi, wie geht's? Ja, ich mein, Schrott ist halt in dem Spiel alles Mögliche, ne? Schrott ist halt so eine übergreifende Währung. Alles, was man... Also sehr viel, was man aufsammelt, ist Schrott. Da kann ja alles Mögliche dabei sein. Leere Spritzen und vielleicht noch so Alkoholreste. Man weiß es ja nicht. Aus dem ganzen Schrott baut man sich halt dann so ein bisschen seine... seine... alle möglichen Sachen von Munition bis hin zu Heilmittel zusammen. Je nachdem, was man halt gerade so an Schrott hat. Oh, was ist denn das? Eine Panzerrüstung. Die sieht zumindest gut aus. Ist nicht besonders fancy. Panzerung 9, sonst nicht viel. Benötigt Stärke. Könnte vielleicht etwas für Abraxel sein, am ehesten. Ich weiß nicht, ob wir sonst jemanden haben, der stark genug ist. Überhaupt. Ähm. Ah, die ist genauso gut wie die taktische Panzerrüstung. Macht wirklich keinen Unterschied, ne? Nö. Aber der Brustpanzer braucht Level 5 oder ist Level 15. Die taktische Panzerung 10. Ansonsten sind die identisch. Ha. Ha. Ich mein, eigentlich egal. Die Frage, die ich mir jetzt nur stelle, ist, wer vielleicht der taktische Brustpanzer eventuell für wen anderen gut. Ach so, wartet mal. Ist dieser taktische Panzer... Jetzt verstehe ich. Der ist nur so gut, weil da ein Mod drin ist. Das ist alles. Kann ich eigentlich den Mod auch wieder entfernen? Irgendwie... Das ist nicht hier, ne? Oder... Ich hab mich da nie damit beschäftigt. Was weiß ich. Aber auf jeden Fall können wir jetzt quasi in den neuen taktischen Panzer auch so eine Plattenrüstung einbauen. Dann ist die nämlich wesentlich besser. Jetzt verstehe ich. Ja, 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 ja. Auf Mods muss ich natürlich achten. Wenn ich Sachen miteinander vergleiche. Das ist... Na schön. Dann hatten wir jetzt eine neue Rüstung für Abraxe und somit ist er quasi noch unsterblicher geworden, als er das ohnehin schon war. Das ist schön. Aber leider ist glaube ich wirklich niemand stark genug für die anderen taktischen Panzerungen, die wir hier haben, weil vor allem die mit dem Mod... Ne, die mit dem Mod wäre jetzt halt echt gut, ne? Aber ich glaube, die kann, ja... Ups, ich verdrück mich dauernd. Linker und rechter Stick, ey. Kriege ich bestimmt nicht auf die Reihe. Guckt mal, warum zur Hölle hat denn bitte Idolem keine taktische Panzerung an? Da gibt's überhaupt keinen Grund dafür. Der hat die Schrottrüstung. Ich meine, die steht ihm besser, aber die taktische Rüstung ist voll super. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, weil wahrscheinlich die schon... Ne? Ich glaube, wahrscheinlich war die Müllrüstung schon gemoddet und mit Mod war sie quasi besser wie so eine standardtaktische Rüstung. Hm, hm. Jetzt verstehe ich. Da müssen wir jetzt aber kurz mal unser Team überprüfen, ob da nicht vielleicht jeder ne taktische Rüstung mit Mod anziehen sollte lieber als das, was er hat. Ich glaube nämlich schon fast. Wir haben ein paar davon. die werden wir jetzt auch nutzen. Gut, wir haben jetzt nur noch einmal Trauma Platten. Aber hey, immerhin. Na gut. Na gut, okay. In dem Fall passt es dann. Aber, aha, ja genau. Der kann jetzt die gemoddete Schrottrüstung nämlich kriegen. Ja. Und sie? Ich meine, sie ist eine Scharfschützin. Da ist die Rüstung zum Glück gar nicht so wichtig. Ach, die hat ja noch gar nichts an. Na nun, na na, wie ist denn das passiert? Die habe ich anscheinend beim letzten Mal komplett vergessen. Na dann, kriegt die auch mal ein bisschen Ausrüstung. Paar Sachen haben wir zumindest, die hier vielleicht ganz nützlich für sie wären. Also, wirklich. Hey, ich frage mich, wann wir endlich mal Cyborg-Technik kriegen für unsere Leute. Das wäre schon gut. Toaster-Reparatur plus eins kann sie jetzt eigentlich so gar nicht brauchen. Panzerdurchschlag braucht sie, glaube ich, dringender als Mechanik plus eins. Ja, okay, passt. Ja, dann kriegt sie halt jetzt vorübergehend Toaster-Reparatur. Ich meine, das macht überhaupt keinen Sinn, aber bevor sie jetzt gar nichts hat, keine Ahnung. Werden die Waffen eigentlich auf magische Weise kleiner für Idole? Ja, werden sie wirklich. Die sind immer genau passend groß für ihre Träger. Wobei ich, ehrlich gesagt, ich glaube schon, ne? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Die sehen schon sehr groß aus, wenn Idole die in der Hand hat. Ich könnte mir durchaus vorstellen, aber nee, guckt, Abraxa habe ich so groß gemacht, wie es geht. Dem Flammenwerfer könnte Idole unmöglich, also selbst, wenn er ihn ausrüsten könnte, was er nicht kann wegen der Stärke. Ähm, nee, nee, die werden bestimmt magisch geschrumpft, wie das halt so ist. Beziehungsweise haben die halt schon von Anfang an zufälligerweise die exakt richtige Größe. Wenn wir sie aufheben. Glück gehabt. Na gut, dann sind wir hier fertig. Ich speichere mal schnell. Oh, ich kann nicht schnell speichern. Wahrscheinlich hat es gerade schnell gespeichert, oder was? Ich kann gerade wirklich nicht speichern. Warum lässt mich das Spiel gerade nicht speichern? Das gefällt mir nicht, aber gut, okay. Dann gehen wir halt hier jetzt den Gang nochmal lang, der voller Fallen war und so. Ich habe ein bisschen Angst. Bitte lass mich doch speichern. Warum darf ich denn nicht? Weil es hier so dunkel ist, sehe ich nicht mal, wann es das letzte Mal gespeichert hat. Aber da steht ein langer, ein langer Zeitintervall steht da. Na dann. Oh, keine Munition mehr. Oh Gott, oh Gott. Okay, zum Glück konnte ich jetzt den Kampf eröffnen. Das ist schon mal wichtig. Wir haben keine Munition mehr für den Flammenwerfer. Dann gehen wir einfach mal in Deckung hier. Alle sind geheilt, alle sind fit. Das kriegen wir schon hin. Hey, vielleicht können wir den Kampf sogar ziemlich abkürzen, wenn wir es schaffen, dass wir einfach den Roboter hier hacken. Ich glaube, das ist der einzige Gegner hier, oder? Nein, benötigt Nerdkram neun oder acht oder so. Das haben wir gerade nicht geschafft. Dammit. Dann müssen wir ihn jetzt kaputt machen. Hilft nix. So dann. Wir sind einfach mal drauf, was wir haben. Ich meine, theoretisch dürften wir ganz gut Schaden anrichten Wenn alle zusammenarbeiten. Ich trenne mal das Team ein bisschen. Nur für den Fall, der durchaus eintreten kann, dass der irgendwie Flächenattacken hat und so weiter. Keine Ahnung, was der kann. Der Sägehund. Ich glaube, ich werfe mal, ich stelle mal hier so einen Geschützturm auf. Kann nicht schaden. Wenn er nur ein bisschen Aggro auf sich zieht, wäre es auch schon gut. Ich glaube, Idolem, naja dann. Auf geht's in den Nahkampf mit dir. Das kriegste schon hin. Den hauen wir weg. Yes, gar nicht schlecht. Nochmal. Ah, beinahe. Ah, der Laserturm hat auch geschossen. Yeah! Laserturm wird uns möglicherweise alle gerettet. Ich check jetzt erst, dass dieser rote Halbkreis ein Teppich oder sowas in dem Zimmer ist. Ich dachte, der rote Halbkreis ist um den Gegner rum und wenn ich da reingehe, passiert irgendwas Schlimmes. Äh, tja. Äh, ist eher so ein Dreiviertelkreis, ne? Weniger ein Halbkreis. Na dann, darf ich jetzt wieder speichern? Nein, Spiel, warum darf ich nicht mehr speichern? Was ist denn jetzt bitte los mit dir, Spiel? Findest du? Ich will, ich will speichern. Come on. Das finde ich jetzt echt irgendwie nicht lustig. Wenn jetzt irgendwas passiert, dann haben wir den Salat. Das ist ein Bug. Spinnt irgendwas? Ist irgendwas schiefgelaufen? Wird mir auch nicht angezeigt, warum ich nicht speichern dürfte. Ah, du machst Sachen hier mit mir, Spiel. Da ist ein Schalter. Der hat scheinbar, ach doch, der hat da drin jetzt wieder eine Laserwand ausgeschaltet. Na dann suchen wir mal den letzten Laserwandschalter hier noch. Ah, der ist hier, glaube ich. Eventuell. Kann ich jetzt speichern? Nein. Wahrscheinlich, weil ich mich gerade über das Spiel beschwert habe, weil ich gerade gesagt habe, nicht mal pausieren darf man, hat sich das Spiel gedacht, pah, pausieren will er. Ha, dann nehmen wir jetzt mal die Fähigkeit zu speichern. Das hast du jetzt davon. Wenn dich pausieren schon nervt, oder die, die Abwesenheit der Möglichkeit des Pausierens, wie wird dir dann das erst gefallen? Tja. Ich würde von den Gegnern gehackt, wahrscheinlich. Oh, das wäre mal mies. Das wäre eigentlich auch cool, aber es wäre einfach nur nervig. Das würde niemand, niemals, niemals ein Spiel machen, was einfach nur nervig ist. Aber stell dir vor, es würde so Hacker-Gegner geben, die dann in deine Realität eingreifen und deine Save-Games löschen können oder alte Save-Games laden, so als ultimativen Finisher-Move. der lädt dann drei Runden auf und wenn man es nicht schafft, ihn dann irgendwie ins Fanken zu bringen oder zu töten, dann lädt der einfach ein altes Save-Game von dir und löscht deine ganzen aktuellen. Das wäre ja ziemlich, ich meine, also, ja, zumindest würde man damit wahrscheinlich ein bisschen Presse für sein Spiel machen mit so einer Mechanik. Dieses Spiel löscht deine Save-Games. Ich habe schon hier im Dungeon gespeichert, an dem kann es nicht liegen. Aber ja, mein Gott. Oh, das sieht gut aus. Waffenmodifikation 8 benötigt man dann. Jo, nee, das dauert noch ein bisschen. Vorsicht, Falle. Vorsicht, Team. Ich hasse das, die NPCs gehen manchmal so gefährlich nahen Fallen dran. Sind wir auch schon oft reingelatscht. Wenn man nicht speichern kann, ist das natürlich schön, wenn so was passiert. Das ganze Team ausgelöscht wird. Die Maske des Wolfes, ein Kassettentonband, eine uralte Aufnahme vom allerersten Anführer der Monsterarmee. Schau, ich weiß, was du denkst. Es ist eine fucking Dime-Store-Maske, ein Kinds-Tonband. Am ich richtig? Hier ist die Sache. Es ist nicht über die falsche Före oder die rumpelten Kassettentonband. Es ist das, was hinter der Maske der Scheiße ausgeräumt. Du setzt den Maske auf und bist invisibel. Du kannst alles tun, und ich meine alles tun. Wenn sie dich sehen, sie sehen, sie sehen nicht den Monster zuerst, aber sie werden. Es ist nur ein Wichtiges Zeit. Jetzt setzt das fucking Ding auf und schau die Scheiße ausgeräumt. Die alte Monster-Armee waren echt ziemlich nicht so nette Menschen anscheinend. Aber die Moinen, die kommen mir eigentlich ganz cool vor. Ich darf nie wieder speichern. Ich muss mich damit abfinden. Wir gehen jetzt in den letzten Raum. Da kommt ein total krasser Boss. Der bringt uns alle um. Und ich kann nicht speichern und wir müssen das noch von vorne anfangen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe Angst. Eine Munitionskiste. Oh Gott. Hey, ich will echt, ich kann nicht speichern. Damn it. Na dann los. Hilft ja nichts. Da müssen wir jetzt durch. Das ist wirklich nicht so schön irgendwie. Aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen alles hin. In Deckung gehen. Ich glaube, das sind alles Nahkämpfer hier. Da macht in Deckung gehen wahrscheinlich gar keinen Sinn. Einfach voll offensiv hier. Ach, der Angriff war gerade kostenlos. Manchmal passiert das, wenn man Glück hat. Das ist cool. schießen wir noch mal. Hacken können wir die nicht. Das haben wir schon versucht. Aber wenn wir sie nicht hacken können, dann sprengen wir sie halt mit einer Rakete. Jetzt mein Plan B. Löffelkreis, danke schön für die Bits. Super cool. Freut mich sehr. Super nett von dir. Na ja, haben wir mal mit einer Rakete reingeschossen. Schadet ja auch nicht. Jetzt können wir noch ein bisschen mit unserer Energiepistole vielleicht reinschießen. Hallo, Pflöck, und danke fürs Abonnieren. Freut mich sehr. Sechs Monate am Stück. Dankeschön. Bad Wolf. Äh, so eine ähnliche Idee ist mir beim Zuschauen von Far Cry gekommen. Da gibt's eine Mission, wo dich während den Knast schleust, um einen Kameraden zu befreien. Da dachte ich, wäre es doch witzig, wenn er dich verrät, dann der Game Over-Bildschirm kommt. Wenn man von vorne beginnen müsste. Ich meine, manchmal machen ja Spiele so ein bisschen was in die Richtung. So Sachen, mit denen man als erfahrener Spieler vor allem so gar nicht rechnet, weil man glaubt, man hat Videospielmechaniken durchschaut und dann plötzlich BÄM. Aber ganz so krass, dass einem... Ich meine, Eternal Darkness tut so. Wenn man einen wahnsinnigen Charakter hat, spielt dir Eternal Darkness vor manchmal, dass es deine Save-Games jetzt löschen würde oder sowas. Das fand ich schon immer ganz nett. Aber tut's natürlich dann nicht wirklich. Aber das fand ich schön, dass da auch der Horror so ein bisschen in die echte Welt übertragen wird. Und was gibt Schlimmeres als plötzlich verlorene Save-Games, wenn man mitten im Spiel ist? Nicht viel. So, CPU. 50% Chance lässt das Ziel durchdrehen. Jawohl. Und? Ist er durchgedreht? Ich befürchte leider nicht. Schade, schade. Aber wir können hier noch einen Geschützturm aufstellen. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Der Hypetrain nähert sich. Ja, ich sehe es schon. Jetzt mit Abos geschenken oder Bits einen Hypetrain starten. Drei Minuten Zeit, um einen Hypetrain loszuschicken. Choo, Choo. Badwolf, dankeschön. Danke für die Bits. Oh, da kommt er, oder? Der Hypetrain kommt. Yay. Das heißt, wir kriegen irgendwelche Emojis wieder bald jetzt. Du hast nur wenig Zeit, um exklusive Emotes zu verdienen. Hypetrain ist zu 50% geladen. Sehr cool. Okay. Wo waren wir hier stehen geblieben? Löffelkreis, dankeschön für die Bits. Der Hypetrain ist auf 63% eingestiegen. Noch über vier Minuten Zeit. Ähm, wer darf denn eigentlich noch? Idolem? Idolem darf noch. Idolem, Idolem, ne? Hauen wir, hauen wir den Bohrerhund. Doch, doch. Mach mal. Ich vergesse immer, dass Idolem hier auch so eine gute Nahkampffähigkeit hätte. Ich setze die leider nie ein. Aber Idolem steht jetzt da vorne und blockiert die mal ein bisschen, damit die halt einfach das Schwere haben, zum Rest des Teams zu kommen. Dadurch, dass ich schon so lange nicht mehr speichern konnte, muss ich ein bisschen vorsichtiger hier sein. Ja, Domdarm, danke schön für die Bits. Das Bitsglas wird wieder ordentlich aufgefüllt. Ah, der Bohrerhund ist ja ein totaler Loser. Okay, der Stromschlaghund ist nicht so ein Loser, aber passt schon. Ist alles gut gegangen. Yay! Bad Wolf, danke fürs Abonnieren. Und somit ist der Hype-Train eingetroffen. Hype? Hype-Train Level 1 erreicht. Nice. Dankeschön, Leute. Super cool von euch. Stufe 1 abgeschlossen. Ich bin schon gespannt, welche Emojis wir bekommen haben. Stufe 2 startet. Ich hab's ja schon gesagt, ne, dank eben Abonnenten auf Twitch, dank Patreons, dank YouTube-Kanal-Mitglieder kann ich mir jetzt wirklich endlich mal einen ordentlichen Rechner anschaffen. Ich hab da jetzt lange gespart und investiere da jetzt einige tausend Euro in den wirklich guten State-of-the-art Rechner, mit dem ich gut arbeiten kann, der dann quasi, mein aktueller Laptop wird dann zum Zweitrechner, dann kann ich auch viel effizienter und viel besser an den Videos und auch vor allem an den Streams arbeiten. Dann werde ich viel mehr auch in die Streams einbauen, an so Funktionen, weil mein Laptop ist einfach bei einem normalen Stream, wie wir ihn jetzt haben, am Limit. Ich kann jetzt hier in meinem Browser auf Twitch im Grunde nicht mal nachgucken, welche Emojis wir bis jetzt schon bekommen haben über so Hypetrains, weil alles eine Viertelstunde dauert und wahrscheinlich der Stream zusammenbricht. Deswegen ist so ein Upgrade dringend notwendig. Das ist echt super, ich konnte mir das echt dank Fanfinanzierung jetzt endlich zusammensparen und endlich leisten. Ich habe jetzt vor kurzem mein Mikrofon abgegradet, also jetzt für den Stream benutze ich ein Headset, aber das ist auch ein Upgrade im Grunde. Die Soundqualität ist nicht so gut wie in meinen Lore Videos, aber es ist viel gemütlicher für die lange Zeit und so weiter und so fort. Es ist einfach super. Ich freue mich schon sehr auf den Ja, Ich frage mich wie der mit dieser super Blitzkanone so gezielt schießen kann, aber es funktioniert. Also was soll's. Apropos Kanalmitglieder und Twitch-Abo. Ich werde auf Ende Monat beides kündigen und das Geld im Patreon umlagern. Da hast du mehr davon. Oder habe ich das falsch im Kopf? Ich bin mir ehrlich gesagt bei den Twitch-Abos ist jetzt gar nicht sicher. Vielleicht weiß das jemand im Chat wie da die Rate ist. Aber grundsätzlich stimmt das schon. Patreon nimmt sich mit Abstand den kleinsten Teil. Also die nehmen sich so gut wie gar nichts im Grunde. Ein paar Prozent. Während es bei der Kanalmitgliedschaft 60-40 ist, glaube ich. Aber nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle. Wahrscheinlich wird es bei den Twitch-Abos irgendwie ähnlich gelagert sein. Also da ist Patreon da kommt auf jeden Fall das meiste bei mir an. Das stimmt. Und die Vorteile, also die wöchentlichen Lore-Videos sind bei allen dreien das gleiche. Die kriegt man immer. Ah, jetzt müssen wir nachladen, sonst hätten wir nochmal schießen können. Schade, schade. Ja, er mit der Schroppflinte ist jetzt nicht so gut geeignet, aber Scharfschützengewehr ist gut geeignet. Macht zwar nicht so viel Schade jetzt gegen den, aber passt schon. Ja, das ist jetzt der Pool, wisst ihr was, da gehen wir jetzt voll rein, um unsere Begleiter zu schützen. Mein Gott, wie kann man aus der Empfehlung so daneben schießen? Irre. Nein, musst jetzt ausgerechnet Abraxe angreifen und totstromen. Ich habe jetzt extra die anderen so hingestellt, dass er nicht mehr rankommt. Ist nicht schlimm, ist nicht tragisch, aber ein bisschen nervig ist. Jetzt brauchen wir halt wieder ein Bearztungskit, damit wir Idolem seinen neuen Schaden wegnehmen. Naja. Entengamer, Dankeschön fürs Abonnieren. Super solider Support, Stufe 1 abgeschlossen. Ah ja, wir haben den Hypetrain abgeschlossen und ich habe einen lustigen Hund-Emoji bekommen. ein Retriever, nee, ein weiß ich nicht, mit dem roten Kopftuch oder so. Verstehe ich nicht, aber Hunde sind immer gut. Hype Hyde heißt er. Na dann. Cool. Dankeschön nochmal, Endgamer, für dein Abo. Super nett von Du musst mal gucken, falls du es noch nicht weißt, jetzt wo du hier Abonnent bist, ich glaube, du bist jetzt zum ersten Mal hier Twitch-Abonnent, ne? Wenn du auf unseren Discord kommst, dann findest du da einen Bereich, der heißt Patreon und Unterstützer oder so ähnlich. Und da kriegst du dann auch Zugriff auf die wöchentlichen zusätzlichen Lorecore-Videos. Nur, falls du es nicht weißt. Ah ja, genau, warte mal, Heilung brauchen wir. Heilung. Wir können immer noch nicht speichern. Mich beunruhigt das ein bisschen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir einen Bug haben, durch den wir jetzt nie wieder speichern können oder so. Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall mal die Filmrolle, die wir brauchen, wenn wir jetzt zu Idyllon bringen, wo auch immer der ist. Weiß ich natürlich nicht mehr. Ah, beschichtete Fahrzeugpanzerung. Fahrzeugverbesserung. Okay. Hey, also, ich bin gespannt, was das Spiel uns noch entgegenwirft, aber bis jetzt ist unser Fahrzeug so ein unverwundbares Monster der Zerstörung, dass ich nicht weiß, warum wir da noch mehr Panzerung brauchen. Aber natürlich nehmen wir es mit. Ich meine, obviously, aber, ja, genau. Ein Sprüher können wir jetzt herstellen. Dieses klapprige Maschinengewehr. Ah. Na ja. Feuert Bierdosen und Flaschen auf die Feinde. Okay, jetzt bin ich wieder interessiert. Bestenfalls haben sie einen Kater. Wenn es schlecht läuft, sind sie komplett ausgeschaltet. Na ja, dann klingt doch gut. Die Waffen und die Beschreibungen und so weiter in dem Spiel sind schon alle sehr toll. Oh, wir haben eine gruselige Puppe gefunden. Patienten Pierce. Kein Panzer schützt vor seiner Tücke. Denn Pierce braucht nur eine kleine Lücke. Verleiht allen Truppenmitgliedern einen Bonus von Panzer durch Schlag plus eins. Nice. Sehr schön. Apropos, da fällt mir gerade was ein. Wir haben nämlich immer noch keine Möglichkeit zu speichern, aber ich habe vorher gesehen, wir haben ein Buch gefunden. Genau hier. Erhöht harter Hund permanent um eins. Genau. Wer ist denn aktuell unser härtester Hund? Das ist der Abraxe. Dann darf mal der Abraxe hier noch dieses Buch lesen. Wer dann noch ein härterer Hund wird. Ah, ja, genau, Abraxe kann ja nicht lesen. Stimmt, das haben wir ihm ja gegeben. Ich glaube, er kann lesen, er will nur nicht. Er hat keine Zeit für so einen Blödsinn. Ja, dann, wer ist denn unser zweit? Ich glaube, wir haben keinen zweitbesten harten Hund. Na, dann heben wir es mal auf. Stimmt. Abraxe kann nicht lesen. Abraxe kann Sachen kaputthauen. Nichts lesen. So. Ich habe es schon oft gesagt, aber ich sage es vorsichtshalber immer wieder, die Figuren hier tragen die Namen meiner Patreons hier nur als Ehrentitel. Wenn ich sage, Abraxe kann nicht lesen, war ich nicht in Echtwälder Abraxe. Oder wenn ich sage, irgendwer ist doof oder so. Aber es ist eh klar. Ich sage es nur vorsichtshalber, dass Hallo Protect Loser, wie geht's? So, dann können wir hier abhauen und dann können wir hoffentlich auch wieder speichern. Beziehungsweise dürfte es jetzt eigentlich automatisch speichern, wenn wir auf die Weltkarte gehen, hoffentlich. Ich glaube echt, dass wir so lange nicht mehr speichern konnten, macht mir echt Angst. anscheinend, ich glaube auch. Ah, ich kann wieder speichern, na Gott sei danke. Dann doch nicht heute an einem Stück alles durchspielen, Glück gehabt nochmal. Mir geht's auch gut, Dankeschön. Alles gut hier soweit. So, wo sind wir? Was machen wir jetzt? Wo gehen wir als nächstes hin? Was haben wir denn noch für Quests? Wir können hier einfach uns auch mal die Gegend ein bisschen anschauen, finde ich. Warum ist denn die Quest hier noch nicht abgeschlossen? Zu Gidden Reis zurückkehren. Wir sollten Gidden Reis in Broadmoor Heights Bericht erstatten. Das war der komische Kerl in der Kirche, ne? Das könnten wir machen, warum nicht? Und die Filmrollen sollen jetzt zu Ed Ed Lynn. Ja, aber wo ist denn Ed Lynn? Das wär gut. Na ja, ich fahr mal hier die Runde, dann decken wir vielleicht noch ein bisschen was Interessantes auf. Ah ja, was haben wir denn da? Schauen wir doch mal. Wir haben hier ein Versteck. Hart Plastik Koffer auf einem Müllhaufen. Er ist verschlossen. Los Knacken. Wow, Checkport. Wir haben einen Kondensator erhalten. Schmolzenen Kondensator und ein Zielfernrohr. Na dann. und Trauma-Platten. Oh, das ist wirklich gut. Die können wir brauchen. Und Schrott. Ich würde auch ganz gern die Minimap wieder sehen. Und was auch immer das hier ist. Und noch einen geschmolzenen Kondensator. Naja. Oh oh, Hinterhalt und einen Zigarettenstummel. Checkport. Hahahaha. Äh, eine Frau mit einer Ziege. Renn auf uns zu. Verdammt, ist es etwa die rote Ziege? Möglicherweise. Dabei faselt sie etwas von Killer-Robotern. Steigt aus dem Kodiak. Wo? Ich stehe über Zeigt mit dem Finger und zittert dabei. Geringe Fluchtchance. Ich will gar nicht fliehen. Verrückter Wissenschaftler, den Robotern zuvorkommen, indem er ihre Schaltkreise durcheinander bringt. Ihr schreit aus vollem Hals. ZITASKILLF im killallhumans.exe slash t. Ihr müsst einen Fehler gemacht haben, denn das hält sie nicht auf. Aber sie zögern kurz. Mehr braucht ihr nicht. Das hatten wir schon mal so ähnlich. Zumindest mit dieser Befehlsleiste, die wir rausschreien. Hat damals auch schon nicht verstanden. Die Ziege aus dem Goat Simulator. Vielleicht. Vielleicht sind die verwandt. Die rote Ziege. Es wäre so lustig, wenn die das wirklich in Spiel eingebaut hätten. Aber ich glaube nicht. Okay, dann fangen wir mal an. Dann eröffnen wir gleich mal, indem wir hier auf den Dalek schießen. Exterminate! Ah, wir brauchen dringend Flammenwerfer-Munition. Ich habe es schon wieder vergessen. Dann gehen wir mal in Deckung. Okay, Idolem. machen machen einen super Bodenstampfer-Nahkampf-Power-Angriff. Donnerschlag! Yeah! Donnerschlag ist schon ziemlich cool. Ich muss öfter diese Fähigkeiten einsetzen. Ich vernachlässige die immer komplett. Dabei sind die so mächtig. Lassen wir doch mal unser Auto angreifen. Gehen wir doch mal in Position. Okay, gut. Gut. Dann können wir einen Dalek gleich mal wegschießen, wahrscheinlich. ein paar Querschläge haben den Bot dahinter auch noch getroffen. Das will man mehr. Ach verdammt, ich hätte mit ihm einen hacken können. Fällt mir gerade ein. Da kriegen wir auch so hin. Nee, warte mal, er ist ja unser Hacker. Ich bin schon total verwirrt. Dann hacken wir doch mal den Killer-Bot da oben. Warum denn nicht? Hi, Lord of Skills. Wie geht's? Mir geht's gut. Alles cool. Bei uns hier. Ach ja, ich mag ja Schrotflinten. Aber leider sind Schrotflinten in Videospielen oft irgendwie einfach schlecht. Es gibt manche, die sind cool, manche sind eher nutzlos und in dem Spiel ist die Reichweite vom Schrotflinten einfach so lächerlich gering, dass man die eigentlich nicht wirklich ernsthaft benutzen kann. Was ich schon schade finde. Aber ich mag ihn trotzdem schade. Oh, aus, Gottschmo, das sieht gefährlich aus. Haha, Fehlschlag. Ja, da oben greifen sich die Roboter gegenseitig an, das ist gut. Ja, so gefällt mir das. Wie war's Wochenende? Ganz cool. Ich hab die Steuer gemacht endlich. Ah, das hab ich bis zum Letzten wieder geschoben, wie immer. Ich hab jetzt endlich die Steuererklärung gemacht und abgegeben, hab ganz viel aufgeräumt. Am Sonntag war großer Putztag. Ich hab am Wochenende viel geschafft, was ich mir schon lange vorgenommen hab. War ein produktives Wochenende. Ich hatte trotzdem noch Zeit, ein bisschen Judgement zu spielen. Sind wir leider zu weit weg und können nicht mehr. das ist schade. Aber ich geh einfach in den Overwatch-Modus. Passt auch. Pudala. Haben wir Ja. Achso, das ist unser Verbündeter. Den müssen wir gar nicht angreifen. Den lassen wir leben. Aber geh doch mal. Ach, weißt du, wisst ihr was? Hier. Machen wir kurz einen Prozess. Wenn wir schon unser supermächtiges Clowns-Auto dabei haben, oder? Ah, aber das war's noch nicht. Anscheinend leben noch irgendwo Gegner. Ich mein, der gehackte... Ah, da oben ist noch einer. Okay, ich verstehe. Und dann ist sogar noch einer scheinbar da. All das Geld, das du gespart hast, wird jetzt ans Finanzamt zurückgezahlt. Ja, also, zum Glück, unter Anführungsstrichen, unter großen Anführungsstrichen, war 2020 ein sehr mageres Jahr, was Einnahmen angeht. Aber ist halt doch einfach auch ein Corona-Jahr und so weiter. Das habe ich auch bei mir in den Einnahmen ganz stark gemerkt. Aber das Gute dran ist, dass ich mir jetzt wegen der Steuererklärung keine Gedanken machen musste. Meine Einnahmen waren so niedrig, dass ich quasi nichts zahlen muss. Nachzahlen. Also, ganz sicher, weil es geben die Einnahmen an sich gar nicht her. Auch ohne Abzüge und so weiter. Man muss das Positive sehen. 2020 war echt ein kritisches Jahr. Ich habe wirklich gerade hinten raus schon gedacht, so, damn it, ich glaube, ich kann den Kanal echt nicht mehr weiter betreiben. Ich muss mir jetzt wieder einen anständigen Job suchen. Waren coole Jahre, coole drei Jahre, aber irgendwann ist dann auch mal Schluss, jetzt hilft dir nichts. Aber dann habe ich es doch noch irgendwie immer gerade so zusammen geschafft, meine Fixkosten zu bezahlen. Und dank Resident Evil 8 ist dann 2021 für den Kanal wieder sehr gut gestartet. Ich bin froh, dass ich damals nicht aufgegeben habe. Und jetzt passt's. Oh oh, mein gehackter Freund ist nicht mehr gehackt. Moment mal, der behält die Aura? Das ist ja voll gemein. Weil wenn ich die Roboter hacke, kriegen die quasi so eine Aura und in dem Einflussbereich dieser Aura kriegen alle Gegner Schaden. Aber da der jetzt nicht mehr gehackt ist, ah, jetzt ist die Aura verschwunden. Aber guckt, mein Hund und mein Klon haben gerade noch Schaden bekommen, weil die zu ihm gelaufen sind. Die Aura bleibt also länger bestehen als der Hack-Zustand. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Aber, das heißt, wir können jetzt wieder hacken. Ich hack jetzt einfach mal den da, weil der hat die meiste Lebensende. So. Ach ja, Scotchmo. Aktuell bist du ein bisschen nutzlos. Ah, und wir haben leider keine Munition mehr für Private Jody Bell, was auch super bescheuert ist. Da müssen wir dann mal gucken. Idolem. Hau den da. Hau den kaputt. Nice. Hau den da. Hau den da. Hau den da. Sehr schön gemacht. Nice. Hey, Endgamer, danke fürs Abo verschenken an Khadgar. Super nett von dir. Da gucken wir mal, was wir geplündert haben. Schönes. Ein Müll. Noch mehr Müll. 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 Und Müll. Cool. Aber hier stand auch irgendwo eine große Kiste, wenn mich nicht alles täuscht. Haben wir die im Eifer des Gefechts zerstört. Ne, da ist sie. Ja, Munition für alles Mögliche. Das ist sehr gut. Apropos Munition für alles Mögliche, damit ich es nicht vergesse. Wir haben einen Schuss für sie gefunden. Überhin. Aber welche Munition braucht sie denn? Die können wir doch bestimmt auch herstellen. 30.06 Munition. Okay. Können wir bestimmt machen. Hier. Punkt 30 bis 06 Munition. Wie man das auch immer richtig sagen würde. Machen wir mal ein paar davon. 60 Stück. Zack. Fertig. Okay. Ich drehe mal noch eine Runde. Man kann ja nie wissen, wo gut steht. Ich glaube, in dem Fall gehen wir durch. Na dann. Boah, ey. Oh, ich habe gestern, hey, ich habe so lange keinen Sport mehr gemacht. Ich habe jetzt wieder angefangen, ein bisschen was zu machen, weil ich einfach echt total am Versumpfen war, was das angeht. Ich habe vorgestern habe ich wieder ein bisschen mit Handeln drin. War wirklich ganz easy. Ich habe mit fünf Kilo Handeln jeweils mit jedem Arm 50 Wiederholungen gemacht. Einfach so quasi ganz normal den Arm also so, ne, so beugen. Also so normale Handel Dinger. Ich habe keinen Namen dafür, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe jeweils 50 Wiederholungen mit einem 5 Kilo Handel gemacht. Also echt nichts Stimmes. Meine Arme sterben, ey. Ich habe so einen Muskelkater. Ich habe einfach wirklich seit Monaten gar nichts mehr gemacht und das merke ich jetzt ganz stark. Ich habe dann auch so ein bisschen mit dem Rad noch Sport gemacht. Das ist kein Problem, aber meine Arme waren einfach quasi nicht mehr vorhanden. Armmuskulatur war nicht mehr vorhanden vorgestern. Was haben wir denn hier? Ein Campingwagen. Der Chibus. Ein buckliger Mann wirft Müll auf die Ladefläche eines alten Pickups. Einige Roboter helfen ihm. Sie piepsen, als ihr euch nähert und er schaut auf. Sein Gesicht ist deformiert, seine Hände haben jeweils zwei Daumen. Dann kann der immerhin quasi vier Daumen hochgeben gleichzeitig. Ich finde, das ist auch ein Skill in gewisser Weise. Hat nicht jeder. Wer ist du? Chibus nicht wissen. Willst du einen Betracht? Ähm. Willst du einen Betracht? Was ist Chibus für ein Name? Sie ist krank. Gott Gott habe. Was noch name ich habe? reden denn die Leute hier auf der Map so leise? Arschkriecher Acht! Uh! Ähm. Du kannst Leute heilen? Willst du uns heilen? Wir wollen glauben! Warte! Chibus spricht mit Gob Er starrt in den Himmel Die Augen bewegen sich mit den Wolken schließlich nickt er Gob sagt wir sind Sonnenschein und Kuchen Das ist ein ziemlich geiles Kompliment muss ich sagen Vielen Dank Dein Gob ist scheinbar ein echt netter Kerl Sag ihm er heißt auch Sonnenschein und Kuchen finde ich gut Seltsamerweise geht es euch besser Ja Zeig mal was du hast Chibus Ach Chibus jetzt verstehe ich es erst Das ist quasi der Mutanten Jesus Chibus und sein sein Gorb Okay Na gut Chibus Christ Superstar Du hast viel Muniz Uh Uh Na ja es sind halt so Standardwaffen aber grundsätzlich Uh gute Mods die wir alle nicht einbauen können Ich meine grundsätzlich hat er echt gutes Zeug aber wir haben leider keine Verwendung dafür Oh du hast No Glow Yes No Glow kaufe ich Kaufen wir vielleicht gleich ein paar Uh die sind teuer Kaufen wir mal nur zwei Na schön No Glow Das ist cool Ich würde gerne auch noch ein bisschen Flammenwerfer Munition herstellen Wir haben zum Glück gerade einen riesen Haufen Schrott vorher gefunden über 300 Wir packen jetzt gleich mal in Flammenwerfer Munition Das ist gut Ich habe die Übung jetzt zehnmal pro Arm mit meiner Eisteeflasche gemacht Ich meine vielleicht nach so vielen Monaten gar keine Bewegung mehr war es halt vielleicht dann doch einfach ein bisschen viel aber ich hab mir halt gedacht so meine Güte Ja nix Aber war dann doch was Okay Endlich können wir dich heilen Dann hast du wieder mehr Aktionspunkte und bist ein bisschen nützlicher denn jetzt unser No Globe oder wie es heißt Ah hier No Globe Auf sich selbst verwenden Ich frage mich wo er das überhaupt her hatte Aber jetzt ist es zum Glück weg Gut Kommen wir mal noch hier so ein bisschen durchs verstrahlte Ödland und schauen mal was wir noch so für Zufallsbegegnungen haben Ein natürlicher Unterschlupf Ehrlich gesagt gehen wir einfach weil wir brauchen keine Pause und nix Was die Einblendungen sowas wie Spiel gespeichert oder Loot erhalten die Minimap oben rechts im Eck überdecken ist einfach bescheuert In meinem Stream wird die Minimap sowieso überdeckt sehe ich gerade aber wenn da irgendwelche Einblendungen kommen dann kann ich mich quasi nicht mehr orientieren oder keine Ahnung wo ich eigentlich hinfahre habt ihr das gehört wow holy shit zum Glück habe ich gerade gespeichert seht ihr das da ist was sehr großes im nebel oh mein gott ich kann mit dem reden okay ich kann mit dem nicht wirklich reden ich greife den jetzt an oh oh ein Skorpitron das ist nicht so gut glaube ich ist schnell anhalten als eine horde pika lopez was über die straße läuft kurz darauf wird klar bevor sie weg rennen als ein Skorpitron durch die ruinen kracht oh oh naja was soll's einfach direkt angreifen ihr seid entweder mutig dumm oder extrem gut bewaffnet was auch immer es ist viel glück na schauen wir mal ob unser auto jetzt an seine grenzen stößt bis jetzt war das auto ja immer ein alles vernichtender super monster zerstörungs crazy crazy device mal schauen ob das so bleibt Skorpitron oh oh nein jetzt dürfen die feinde auch noch anfangen oh man das ist ja nicht so nett dass die jetzt bin erstaunt dass überhaupt noch wer lebt ehrlich gesagt ach du grüne neune das ist nicht so toll naja schauen wir mal dass wir alle wiederbeleben einigermaßen gut es geht na daneben hauen das ist schade wäre gut wenn wir das nicht gemacht hätten daneben hauen okay die können wir leider nicht hacken ne da ist unser hacken nicht gut genug ich könnte mit einer heilpistole aufs auto schießen aber das macht überhaupt keinen sinn wenn es eh schon echt schlecht startet und dann schießen auch noch alle alle daneben das ist toll nein das gibt's doch nicht hat dieser riesige 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 roboter direkt vor uns steht wirklich so gute ausweichwerte oder was ist los anscheinend what ich glaube den kampf müssen wir nochmal neu starten das sieht nicht so gut aus aber schauen wir mal wo das noch hin führt doch ist es nicht vorbei aber eigentlich schon meine güte meine güte die können das okay damn it ich würde es gerne nochmal versuchen ehrlich gesagt auch wenn es crazy klingt weil eventuell habe ich am anfang nur nicht überrissen was los ist glaube ich hätte am anfang kurzes zeitfenster gehabt um selber den angriff zu eröffnen einzuleiten wenn ich die erste runde angreifen darf und vielleicht so einen kleinen roboter hacken kann vielleicht einen anderen ausschalten kann dann sieht das ganze gleich ganz anders aus deswegen versuche ich eröffnungsschlag machen darf das wäre natürlich ziemlich crazy glaube ich wenn wir es tatsächlich schaffen den skorpion zu töten aber irgendwie ich ihn jetzt nicht mehr dafür eine zufallsbegegnung ein hinterhalt das schlimmste an roboter ist dass man nicht weiß ob sie eingeschaltet sind oder nicht bis es zu spät ist es ist zu spät ich mag die texte lüchten wollen wir nicht jetzt versuche ich noch mal wie vorher schon die schaltkreise durcheinander zu bringen aber es funktioniert nicht wirklich allerdings da steht dann immer sie zögern kurz und das ist alles was wir brauchen also wahrscheinlich passt das schon hallo Timmes hallo wie geht's ich schätze mal das bringt uns dann schon einen Vorteil genau und so ne naja ich bin mir nicht sicher vielleicht sollten wir auch gar nicht mehr gegen den Skorpion kämpfen den Flammenwerfer könnten wir zumindest mal nachladen oder ach ja das haut schon gut rein das scharf schützen ja hey ist das zufällig genau die gleiche Map auf der wir schon mal gegen die Roboter gekämpft haben ein bisschen zumindest schon vielleicht stehen ein paar Möbel anders ein paar Gegenstände Dekorationen aber schon so ziemlich jetzt häcke ich mal den Oktotron dahin da sehr gut ah Scotchmo ich mag ich mag ich finde den echt sympathischen Charakter aber er ist aktuell einfach nicht besonders nützlich vor allem weil wir auch immer gegen Roboter kämpfen da sieht er halt mit seiner Flinte einfach alt aus älter als normalerweise sch klatsch warte mal passt schon klats auto Da uns Auto, wen greifen wir an? Das ist so mächtig. Ach so, wir dürfen nicht noch. Idolem. Dann greif du den dann noch an. Ciao, mach's gut, kuschelt Pianer. Pianer, bis bald. Hat mich gefreut. Nein, geh weg. Tu's nicht. Er tut's wirklich nicht. Er hat sich von mir einlullen lassen. Nein, tust du auch nicht. Ich bin spät. Was machen eigentlich die Disco-Bots? Wie greifen die eigentlich an? Tun die irgendwas? Willst gar nicht rausfinden. So lange warten wir. Ich find das immer so lustig, wenn unser Papagei und unsere Katze dann angreifen. Und auch noch richtig gut Schaden machen. Es ist ja nicht so, dass die irgendwie total nutzlos wären. Im Gegenteil. Die hauen ja sogar echt rein. Ah, Disco-Bot. Du hättest jetzt schon sterben können. Fünf HP übrig haben. Ach, ich darf nochmal schießen. Okay. Na dann. Dann passt schon. Nein, nicht daneben hauen. Ja gut. Jetzt kaputt. Ah, er darf nicht mehr. Ah. Damn it. Idolem haut schon leider oft daneben. Das ist ein bisschen doof. Unser Scharfschütze kann jetzt leider auch eher nicht den Gegner direkt neben sich treffen, sondern eher den weiter weg. Aber dafür haben wir ja vollen Crusader hier. Nein, der letzte Schuss wäre wichtig gewesen. Weil jetzt müssen wir blöderweise nachladen. Ich kann deswegen nicht nochmal schießen. Ganz knapp. Gerade schade. Ach, joa. Yes. Gut. Der ist noch kaputt gegangen. Das war wichtig. Ähm. Geben wir mal ein bisschen vor noch mit ihr. Das ist zwar eine Scharfschützin, aber so Scharfschützin auch wieder nicht. Ach, Clowns Auto. Ich hab dich ja ganz vergessen. Ja, meine Güte. Haben wir natürlich noch Potenzial. Jetzt will ich halt meinen Verbündeten die Deckungen nicht wegfahren. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Aber den können wir wegschießen. Ja, ich würde sagen, der Kampf ist ziemlich gewonnen. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Außer wenn jetzt... Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber eventuell, falls sich quasi in dieser Spielwelt während wir kämpfen, die Oberwelt weiter bewegt, könnte uns jetzt der Skorpion in den Rücken fallen. Aber ich glaube nicht. Aber es wäre cool. Wenn jetzt quasi zufällig durch die Weltkartenbewegung Verstärkung für die Gegner eintrifft. Aber nee. Ist glaube ich nicht so. Nice. Sehr gut. Das ist schon cool. Wenn man so stark Waffen hat. Können wir mit ihm jetzt hacken? Irgendwie? Ja. Ich unterschätze mal die Reichweite. Der kann halt schon übers ganze Feld laufen und dann nochmal hacken. Das ist schon cool. Dann kann er nicht mehr viel machen. Okay. Aber immerhin muss ja auch gar nicht sein. Ah, da geht noch einer. Oh, wir können sogar mal einen Präzisionsschlag machen. Oh, können wir doch nicht. Warum eigentlich? Weil wir die Waffe nachladen müssen. Aber jetzt könnten wir eigentlich mal einen Präzisionsschlag machen. Und... Na, CPU macht keinen Sinn. Der ist der letzte, glaube ich. Ohne Schaden und reduziert Schaden des Felgen. Ah, machen wir. Schießen wir auf die Geschütze. Ja, gut. Und jetzt machen wir kurz einen Prozess. Das hätte ich mir alles sparen können. Ich vergesse das Auto immer. Ah, der verliert Lebensenergie, wenn er Sachen umfährt. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Aber kann ich jetzt eigentlich... Das habe ich noch nie probiert. Kann ich jetzt eigentlich den reparieren irgendwie? Und so ein bisschen zumindest. Aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier ein Reparatur-Kit ausgerüstet hätte... Könnte ich den jetzt hier wahrscheinlich wirklich gerade schnell reparieren. Wenn wir schon auf dem Feld sind, oder? Wahrscheinlich. Irgendwie. Jetzt wartet mal... Consumables... Ah, hier. Reparaturkasten. Ähm... Ausrütten. Zack. Es ist irgendwie alles ein bisschen umständlich. Aber wenn man mal verstanden hat, wie es geht, passt schon. Aber könnte ein bisschen intuitiver sein, das Ganze. Okay, cool. Repariert. Dann looten wir mal gemütlich. Mal schauen. Meine... Meine... Ich schätze, wir finden Müll. Noch mehr Müll. Müll. Und noch ein bisschen Müll. Und eine Herstellungskomponente. Damit habe ich nicht gerechnet. Müll, Müll, Müll. Müll, Müll. Da unten steht wieder die Schatzkiste. Mit Emission ganz viel. In Heilung. Na dann. Ah, guck mal. Da ist noch mehr Loot. Warum hat denn der den gerade nicht mitgelootet? Liegt der zu weit weg oder so? So komisch. Na gut. Dann sind wir hier fertig. Auto. Bring uns weg von hier. Jetzt muss ich aber echt gucken. Weil jetzt habe ich Angst vor dem Skorpion. So ein bisschen. Jetzt muss ich speichern. Da müssen wir ganz schnell weglaufen. Wir brauchen dringend Nerdkram 8. Weil dann können wir irgendeinen Dialog wählen vor dem Kampf gegen den Skorpion. der uns wahrscheinlich hilft. Also bevor wir das nächste Mal gegen den Skorpion kämpfen, hätte ich gern Nerdkram 8. Wer ist denn unser Nerdkram Kerl? Du bist unser Nerdkram Kerl. Oder unsere Nerdkram Frau besser gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf 7. Auf 7 kann ich Nerdkram jetzt schon bringen. Immerhin. Das ist gut. Bräuchten wir nur noch 1. Dann können wir uns nämlich einen Vorteil verschaffen. Ich glaube nämlich wirklich, wenn wir... ...diese Dialogoption wählen können am Anfang im Kampf. Und den Kampf eröffnen dürfen dann wahrscheinlich. Würde das schon einen großen Unterschied machen. Mit einem gehackten Roboter und vielleicht einem Zerstörten gleich am Anfang. Unsere alle in besserer Position. Ein bisschen aufgeteilt. Unser Fahrzeug darf schon schießen. Das wäre dann gleich ganz was anderes. Da würden wir nicht gleich in der ersten Runde wie Schießbudenfiguren einfach weggeschossen werden. Hoffentlich. Was geben wir ihm denn? Ausweichen. Ah ja, komm. Ein bisschen mehr Lebensenergie kann jeder brauchen. Da kann man nicht viel falsch machen. Die Reparatur von verbündeten Fahrzeugen, Robotern und Einsatzobjekten gewährt 3 Züge lang plus 7 Panzerung. Okay, das ist ganz nett. Das muss ich mir aber dann echt merken. Ich habe sie überhaupt nicht als unsere Mechanikerin auf dem Schirm, nämlich. Bonusschaden gegen Roboter und Fahrzeuge. Das nehmen wir jetzt mal. Das ist immer nützlich, würde ich sagen. Ja, sie ist eine viel bessere Mechanikerin als Fallen Crusader. Das muss ich echt erst mal jetzt hier abspeichern. Da kann... Fallen Crusader ist dann eher der verrückte Wissenschaftler. Können wir ganz anders spezialisieren, wenn sie im Team ist. Jo, der Dom-Dom. Mach's gut. Gute Nacht. So, hier ist anscheinend jetzt irgendwie kein Skorpion mehr. Ich schätze mal, gut für uns. Aber ein bisschen schade auch irgendwie. Hätte ihn jetzt schon gern gehabt. Hätte schon gern nochmal gegen den gekämpft. Aber wahrscheinlich ist das zufällig. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch einfach irgendwie in einem größeren Gebiet patrouilliert oder so. Aber da ist sogar so ein rotes Zeichen oben auf der Minimap. Hm. Ich fahre hier mal noch so ein bisschen durch die Pampa, durch die Pairie. Ah. Da ist er. Ich war falsch. Ich habe gerade gespeichert, ne? Ich versuch's. Greifen wir an. Direkter Angriff. Und jetzt muss ich vielleicht nach der Ladezeit schnell sein. Ich versuch's. Anvisieren schießen. Ganz egal, wer ausgewählt ist. Ganz egal, was los ist. Vielleicht klappt's. Ich glaub nicht. Ich glaub, wir sterben. Ganz jämmerlich. Versuchen wir's mal. Nee, ich kann leider nix machen. Okay. Er rechnet da am Anfang quasi nur kurz nach, wer anfangen darf und so weiter und so fort. Da kann ich nicht viel machen. Oh, aber... Immerhin. Es geht gleich viel besser los als beim letzten Mal. Ich versuch den Kampf. Wahrscheinlich ist es... Ist es sinnlos, aber... Versuchen können wir's ja mal. Aber warum kann sie denn eigentlich keine Roboter hacken, wenn sie doch so mächtig ist? Auf jeden Fall stellen wir jetzt mal einen Lasergeschützturm auf. Das ist schon mal gut, glaub ich. Eben, wie schon öfter gesagt, schon alleine will der eventuell ein bisschen Feuer aufsehen. Fallen Crusader kann mal versuchen, einen Roboter zu hacken. Aber bitte nicht den hier. Warum ist er denn jetzt so auf den fixiert? Ich versteh's nicht. Der spinnt gerade ein bisschen. Weiß auch nicht, was los ist. Könntest du bitte den da zum Beispiel hacken? Nee, nicht den großen. Ja, den hacken wir. Ah, das schaffen wir nicht. Aber den können wir hacken. Das ist gut. So, das ist, glaub ich, nämlich jetzt wirklich eine ziemlich gute Eröffnung hier. Haben wir gleich mal zwei Angriffsziele auf der Karte, die nicht unser Hauptteam sind. Das ist bestimmt nicht schlecht. Jetzt versuch ich, so gut es geht, unsere Figuren auch noch ein bisschen aufzuteilen, aber trotzdem anzugreifen. Ach Gott, ey. Wenn ich die dann nach vorn schicke, ist es halt so ein bisschen Selbstmann, ne? Hm. Hm. Zählt der Skorpion als Fahrzeug oder als Roboter? Wer schon interessant ist, würde nämlich einen Unterschied machen für manche Schadensarten oder Spezialfähigkeiten. Oh, das sind so viele. Das sind einfach so viele. Das ist nicht gut. Ich glaub, die sind einfach zu krass, nicht nur unser Auto kann denen wirklich was tun. Also nicht genug. Ja, 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 ja. Das ist schon mal gut. Die beiden haben jetzt ihren eigenen Verbündeten getötet. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist natürlich blöd, dass die das können. Das ist natürlich sehr blöd, dass das passiert. What? Oh, der ist so krass. Oh Gott, ey. Der ist so heftig. Meine Güte. Aber ich find's schön, dass unser Papa grad den Roboter demoralisiert hat, weil er ihn beleidigt hat. Okay, aber die meisten im Team leben noch. Es ist noch alles cool eigentlich. Also für so einen harten Kampf ist das absolut akzeptabel, wie's gerade alles sieht. Du musst den bitte mal wieder erwecken. Great Justice! Ah, wir haben leider nicht genug Aktionspunkte, um einen von den beiden da oben zu packen. Das, das wär natürlich sehr gut. Und ich denke, ich hab keine Ahnung, was ich denke. Schauen wir mal, was wir noch so für Optionen haben. Ah, warum können wir den, warum kriegen wir den nicht kaputt? Das gibt's doch nicht. Der hat mit seinen, mit seinen 0, irgendwas HP sitzt der da oben und wir kriegen den nicht tot. Das wär schon gut gewesen. Wenn wir den ohne Auto... Ah, Idolem! Du bist noch da! Hau ihn weg! Gut. Und jetzt... Der ist außer Reichweite. Ist wahrscheinlich auch besser so. Auch außer Reichweite. Na dann... Geh einfach nochmal in Deckung. Ist eh ganz gut. Und nutzt die Aktionspunkte für eine Heilung. Ein Stimpack schnell reingehauen, dann geht's gleich wieder besser. Ja, keine Ahnung. Den hacken können wir nicht. Das wäre so gut, aber da brauchen wir Nerdcrack ziehen, ey. Na ja. Dann schießen wir ein bisschen in den Boden und machen nix. Nein. Nein, die Killer-Bot sind so krass. Meine Güte. Na ja. Wir haben uns gut gehalten, finde ich. Aber... Ich würde sagen, da kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zurück. Weil jetzt... Die Runde war jetzt gerade... Jetzt ist es vorbei. Es sind alle Tode im Grunde außer zwei. Und die stehen auch gerade noch so. Okay. Den Versuch war es wert. War schön, finde ich. Laden wir neu. Aber den Bereich merke ich mir. Wenn wir, sobald wir Nerdcrack 8 haben... Am besten 10 eigentlich. Mit Nerdcrack 10, wenn wir dann einen von den großen Spinnenkerlen übernehmen können... Der kann, glaube ich, ziemlich viel Schaden für uns wegtanken. Da ist das, glaube ich, gleich ganz was anderes. Aber jetzt... Kommen wir erstmal woanders hin. So, jetzt lassen wir uns mal gucken. Wir haben Quests abzugeben, ne? Schauen wir doch mal. Ich weiß leider nicht mehr, wo unsere Questgeber sind. Aber ich glaube... Der, der die Schallplatten wollte... Ah, ne, nicht das Clowns Museum. Quatsch. Ich glaube, der, der die Schallplatten wollte, ist... Oh, Larry-Familie. Äh, dieselbe hagere Flüchtlingsfamilie in demselben überladenen Truck, den ihr zuvor gesehen habt. Sie sind immer noch verloren und hungrig auch. Ja, aber jetzt kann ich wieder die gleichen Optionen nehmen, wie wir schon mal hatten, oder wie? Nur anscheinend. Oh, danke. Oha, das ist ziemlich gut, aber zu gut. Das können wir nicht mal benutzen. Panzerbeine könnten ja tatsächlich gut sein. Ich glaube, so Panzerbeine kaufe ich lieber mal ein paar. Haben wir Panzerbeine, uffällig, irgendwo? Ich brauche sowieso Hosen. Wir haben eh zu wenig Hosen. Ich kaufe eine Ladung Panzerbeine. Wir haben doch gesagt, ein bisschen Handel würde denen helfen. Warum nicht? Hier habt ihr Panzerbeine und dafür verkaufen wir euch ein paar Standardgewehre, die ich sowieso nicht benutze und Waffen. So. Vielleicht hältst du den ja wirklich. Na dann. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Panzerhosen brauchen können. Benötigt Stärke 6. Hätten wir. Ich würde sagen, die Panzerhosen sind besser als die taktischen Beinwanzerungen. Beinwanzerungen. Okay. Naja, Panzerhosen. Passend zur Panzerrüstung, ne? Das sind die richtigen Hosen für die Rüstung. Das Auge spielt mit. Muss ja auch nach was aussehen. So. Und die taktischen Beinhosen sind wiederum ein bisschen besser als die Soldatenhosen. Und die Soldatenhosen sind... Ja, doch. Besser als die Späherhosen. Wobei unser Scharfschütze braucht tatsächlich die Soldatenhosen nicht. Der ist mit den Späherhosen besser aufgehoben. Ja, die Werkstatthosen, da macht es nicht viel Unterschied. Aber hier. Unser Scott... Äh, äh... Scott... Och, boah. Hat noch gar keine Hosen. Wer kriegt jetzt die Soldatenhosen? Für sie haben wir leider immer noch keine Hosen. Naja. Macht ja nix. Muss ich nochmal kurz durchgehen wegen Mods. Ob wir irgendwelche Mods haben, die wir einbauen können. Wir haben hier zum Beispiel einen Helm-Mod. Ich bin mir sicher, dass noch nicht jeder Helm, den wir hier benutzen, einen Helm-Mod hat. Hier guckt zum Beispiel... Ähm... Ihr Abraxe... Äh, Idolem braucht unbedingt mehr Rüstung, mehr Panzerung. Perfekter Mod. Gleich mal hier. Und Hosen-Mods. Wir hätten ganz viele Hosen-Mods für unsere Hosen. Schauen wir mal, dass auch wirklich jede Rüstung und jede Hose und alles einen Mod abkriegt. Auch wenn es ein bisschen umständlich ist. Aber hier, guckt mal. Bäm. Plus zwei Panzerung. Das macht schon viel aus. Ich glaube, Helm-Mods haben wir nicht wirklich, ne? Nee, leider nicht. Okay. Passt schon. Bäm. Die sind schon modifiziert. Ah ja, cool. Packen wir auch noch mal mehr Panzerung rein. Brauchen wir nur noch Hosen für die Jodie Bell? Wenn wir mal irgendwo welche finden, dann werden die auch viel besser ausgerüstet. Gleich das Team. Jetzt bin ich echt gespannt, ob wir irgendwo im Bizarre den Questgeber finden. Ich hoffe, das wird mir irgendwie angezeigt. Ich weiß auch nicht, ob der innen oder außen war oder keine Ahnung. Gehen wir mal in den Innenbereich gleich mal. Mal gucken. Kann ja nicht schaden. Ich meine, beim letzten Mal bin ich da rein, hatte auch keine Ahnung, wo ich hin muss und habe mit irgendeiner zufälligen Person geredet und die war genau die, die wir brauchten. Das war natürlich super. Mal schauen, ob wir heute auch so viel Glück haben. Aber das wird mir wirklich nicht auf der Karte angezeigt, ne? Händler werden mir angezeigt. Ich schaue mal schnell in unser Missions-Lockpult. Ich will da noch genauere Informationen kriegen, wo sich der, der Eidelen befindet. Wir sollten sie trotzdem zu Eidelen zurückbringen. Das Chick-Flix-Theater. Ja, jetzt kann ich mich erinnern. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Das ist wirklich irgendwo hier. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir sind. Aber das finden wir. Und das ist das Museum. Ich liebe diese Bucke. 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 Aber hier ist irgendwo das Museum. Und da müssen wir. Äh. Nicht das Museum. Das ist... Danke für Ihre Hilfe. Ähm. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Ah, hier. Chick-Flix. Yes. Wir haben die Filmrollen aus dem Bunker. Aber sie sehen leider ziemlich beschädigt aus. Let's see what we've got here. Damn. This looks pretty bad. Ah, sorry. Musst ich schnell was trinken. Äh. Kannst du sie noch verwenden? Where there's a will, there's a way. Just stand over there and look cute while I check this out. Sie hält die Filmrollen ans Licht. Ein Auge zugedrückt. Die Zunge aus dem Mundwinkel. Und wie lautet das Urteil? Well, I won't lie. They aren't exactly what I was hoping for. But we can salvage this. So here's what I'm thinking. The film is falling apart. And I can't get a full show out of any of them. But I'm seeing bits and pieces that we could totally use with a bit of imagination. Let's examine the reels together. And we'll come up with a story worthy of chick's flicks. Here, look at these. Do you see a good main character? Sie hält einige beschädigte Filmausschnitte ins Licht. Wir sehen einen Mann, der von einem Felsbrocken wegrennt. Er hat einen Hut und eine Peitsche. Okay, Indiana Jones. Wir sehen zwei Polizisten. Einer ist älter und hat einen Schnurrbart. Der andere hat einen herrlichen Fokuhila. Ähm, was könnte das sein? Lethal Weapon wahrscheinlich. Vielleicht der erste. Wir sehen einen barfüßigen Mann in einem Tanktop, der durch ein Bürogebäude schleißt. Ah ja, stirbt langsam natürlich. Also, wir haben die Wahl. Indiana Jones. Lethal Weapon. Oder Die Hard. Stirb langsam. Ich tendiere ja eher zu entweder Lethal Weapon, wenn es denn wirklich Lethal Weapon ist. Oder Stirb langsam. Schwierige Entscheidung. Ich nehme Lethal Weapon. Hm, indeed. But then slowly their ardour takes over. Brilliant. So far apart in hairstyles, but so close in passions. A throbbing love story of two erstwhile partners. That's a great setup. But we need to decide where it takes place. Here, look over these reels. Ein Auto rast eine Straße hinunter. Ein Blitz schlägt ein. Das Auto beschleunigt auf eine haarsträubende Geschwindigkeit. Ah, zurück in die Zukunft. Da musste ich jetzt kurz, da habe ich gerade mir gedacht, hä, in welchem Film schlägt denn ein Blitz ein? Zurück in die Zukunft. Okay. Das ist ein Holzschiff. Ein Piratenschiff. Versteckt in einer Höhle mit einem Schatz. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, auf was sich das genau beziehe. Kann viel sein. Es sieht aus wie eine Art Militärflugakademie. Aha. Ähm. Dinksy. Vielleicht. Top Gun. Keine Ahnung. Ich nehme natürlich Zurück in die Zukunft. Lethal Weapon und Zurück in die Zukunft. Das könnte eine geile Kombination sein. Seine Cutts inside the Vehicle. Turns out lots of people are crammed in there. The lightning has energized not just the car, but also their sex drives. And a spontaneous orgy erupts. Not bad. Not bad. Ja, warum nicht? Der Sexkompensator ist dann in der Version des Films. Romancing the Bone. Fuck loose. Go Thrusters. Nehmen wir a fuck loose. Oh, yes, baby. That's perfect. Oh, I see you have some beauties of your own with you. What do you think? Could one of your gorgeous friends star in our premiere? Wouldn't be long. I promise. Ähm. Wie lange ist unsere Anwesenheit denn erforderlich? Oh, just for a hot minute, darling. They'll be right back with you. Girl Scouts Honor. Äh, was denkst du, Jodie? Ach so, ich kann mich jetzt, ach so, ich kann mich jetzt entscheiden, ob Jodie oder Scotchmo. Hahaha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, was denkst du, Jodie? Nein, danke. Nein, danke. Okay. Und du, Scotchmo? Huh? Oh, sicher. Why not? Uh, what are we doing? See you, my friend. Some would just see a smelly hobo. Me? I see raw, untapped charisma. Panache. A job well done, you. Okay, everyone. Places. Our audience awaits. What's that? A script? Darling, we don't need those. Wow, that was something, Rangers. Don't ever let me forget, for, for, uh, what were we talking about? Now, don't you think your 80 would forget your dues? You've been such a big help, Sugar Pies. So here's your reward. Come talk to me later, to see how we got on. Okay. I've got a lot of fun. Wir müssen nach einer Gruppe von Synths, die sich dort versteckt haben. Und zweitens müssen wir noch die Schmuggler-Quest abschließen. Die haben wir eigentlich schon abgeschlossen. Wir müssen nur noch Bescheid sagen, dass sie abgeschlossen ist. Wir stellen da den Questgeber im Grunde vor vollendete Tatsachen. Ich muss nur den Ausgang wieder finden. Und alle reden gleichzeitig durcheinander. Ich werde wahnsinnig. Okay. Wart verlassen. Sehr gut. Okay, wo haben wir geparkt? Na dann. Auf zurück in unser Hauptquartier nach Colorado Springs. Versuch mal. Ich fahr mal hier lang. Fahnen wir einen kleinen Umweg. Wir entdecken vielleicht was Neues. Die Leute sagen, es ist ein Mutant-Kannibal-Hobo genannt Melvin. Ich sage, es ist Bigfoot. Bigfoot! Bleib auf! Ich verstehe nicht, wo der Weg ist. Oh! Zufallsbegegnung! Was haben wir hier? Ein Mann namens Bo-Hon. Was? Was? Mein Name ist Bo-Hon und ich räche mich... Achso, das sagt jemand! Wurde das vorgelesen? Ich habe es überhaupt nicht gehört. Was wir... Was ihr mal... Was haben wir denn einer Familie namens Hoon angetan? Bo-Hon. Keine Ahnung. Ein Junge steht auf einem Scheinwerferlicht. Faketenwerfer! Ich kann mich wirklich nicht an... Ich würde sagen, wir entwaffnen ihn und lassen ihn gehen. Ich finde dich wieder! Du wirst mich nicht kommen sehen! Na gut, der Junge lässt sich nicht einschüchtern. Als er rausspringt, zu ihm geht und ihm die Waffe aus der Hand schlagt. Er fährt davon. Naja, haben wir nicht gespannt. Den haben wir nicht zum letzten Mal gesehen, wahrscheinlich. Oh, was haben wir denn da? Sieht aus wie ein alter Bunker oder so. Verstecktes Gebäude! Vor allem ungefallene Bäume und Trümmer verbergen einen eingestürzten Bunker. Ihr könnt reingelangen, wenn ihr auf Hände und Knien kriecht. Allem Anschein nach hat das jemand oder etwas schon mal getan. Hey. Vorsichtig umsehen, um die Situation einzuschätzen. Wahrscheinlich eine gute Idee für das Erste. Entdeckt zahlreiche Kratzspuren auf Felsen und Bäumen um den Bunker herum. Irgendetwas oder viele davon hat seine Krallen gewetzt. Es scheint aber keine frischen Spuren beim Bunkereingang zu geben. Ein paar Warnschüsse abgeben, um zu sehen, ob jemand zu Hause ist. Die Schüsse hallen durch die Nacht von den Bäumen reflektiert. Sonst ist kaum was zu hören. Beim kleinen Bunkereingang ist alles ruhig. Wenn dort wirklich etwas lebt, ist es gerade auf der Jagd. Na dann. Ich würde sagen, durchsuchen wir den eingestürzten Bunker. Er kriecht in dem Bunker und entdeckt Spuren von Tieren, die sich hier eingenistet haben. Wie zerfetzte Kisten, die als Lagerplatz liegen. Ein paar Kisten im Bunker sind unberührt. Es gibt noch andere Räume, aber die Türen sind versperrt. Schloss Knacken 3. Schauen wir mal, was sich hinter den verschlossenen Türen befindet. Oder? Wahrscheinlich. Trotz der verschlossenen Türen haben die Elemente den Lagerraum erreicht. Ihr sucht in den Behältern nach unverdorbenen Waren und sammelt sie ein. Als ihr rausgeht, merkt ihr, dass die Schüsse die Aufmerksamkeit der tierischen Bewohner des Baus erregt haben. Sie sehen sich um und umzingeln euch. Sie greifen an. Aber wir haben sehr viel Munition und Zeug gefunden. Das ist auch nicht schlecht. Hoffen wir mal, dass die tierischen Bewohner der Höhle nicht sehr böse sind. Hätten wir keinen Warnschuss abgegeben. Oh, das sind aber irgendwie krasse Betankenmonster und so. Na ja. Dann mal los. Na schade. Wir kommen gerade nicht genug Reichweite. So, was greifen wir an? Der Kopf verursacht Bonusschaden. Ich glaube, Kopf ist schon... Ich will den einfach noch in der Runde ausschalten, möglichst. Deswegen Schaden, Schaden, Schaden. Aber das war aber nicht so viel Schaden, wie ich gern gehabt hätte. Ach ja, da haben wir jetzt wieder den vollen Crusader, der gegen Roboter echt nützlich ist. Aber gegen organische Gegner eher so nicht ganz zu nutzen. Aber wir könnten eventuell einen Atomschlag durchführen. Das klingt doch gut, würde ich sagen. Leider ist hier das Zielen wieder sehr komisch. Ich weiß immer nicht, wie das genau berechnet wird. Aber wenn ich so schieße, treffe ich immerhin zwei. Okay. Klappt das? War gar nicht so schlecht. Fragen wir nochmal. Overwatch. Das sind bestimmt alles Nahkämpfer. Da macht das Sinn. Warum eigentlich nicht, ne? Da könnte eigentlich unser Scotchmau auch auf Overwatch gehen. Das ist jetzt hier mit seiner Flinte irgendwo in die Prärie zu schießen. Echt ein bisschen schade. Glaub ich schaff's nicht, dass ich den töte. Ich hätt's gehofft, aber leider haut's wohl nicht hin. Na, dann schauen wir mal. Das war keine gute erste Runde. Ich hoffe, die machen nicht allzu viel Schaden. Na, hält sich in Grenzen scheinbar. Ist schon okay. Na, geht schon. Es sind halt auch Nahkämpfer, ne? Die müssen halt auch erst in Position gehen. Ist auf den da. Naja, auch nicht so. Schaffe, Quasi. 5. Das war's für heute. Ah, guck. Ah, cool. Konuszug. Bisschen auf Idolem geschossen. Das kommt schon mal vor. Haha, ups. Idolem hauen ihn jetzt weg. Aber warte mal, wir kämpfen jetzt hier gegen organische, ne? Dann sollte ich mal meine Waffe wechseln. Macht zwar nicht so viel Unterschied, aber ich glaub eben schon ein bisschen. Na, guck. Er blutet jetzt nämlich. Der lebt zwar noch, aber er blutet. Das heißt, er dürfte hoffentlich, wahrscheinlich tot sein. Nein! Come on! Warum müssen die immer mit ungefähr überhaupt kein Hupfen überleben? Ich bin das gemein. Nachladen. Jetzt erschießen, bitte. Jawohl, immerhin. Gottschmau. Die beiden stehen ziemlich gut für Gottschmau. Komm schon. Den holen wir uns. Okay. Cool. Nein, warum lebt denn der noch? Der blutet doch. Der sollte eigentlich tot sein. Finde ich gemein. Aber ist nicht so schön. Hau da halt's Gott schon mal ein bisschen. Ach, jetzt stirbt er erst. Okay. Okay. Das ist schon lustig, dass der Papagei die Gegner immer beleidigt und dann sind sie demoralisiert. Vor allem bei Roboter und Monster ist das natürlich super lustig. Na gut, dann hauen wir den letzten noch kaputt. Und wir haben gewonnen. Mal guck, was die so haben. Die haben wieder diese komischen Eisherzen, ne? Oh, irgendwelche Lumpen. Fleisch, Muskelgewebe, gefrorenes Herz. Genau. Crazy. Oh, irgendwer ist noch schnell gestorben. Was ist denn jetzt los? Ein Feuer wahrscheinlich, ne? Brauchen wir wahrscheinlich erstmal eine Runde Heilung. Ja, wirklich fast alle eigentlich. Aber zum Glück haben wir genug Erste-Hilfe-Kasten. Taschen, Dinger. Bolem kriegt auch noch eine. Noch eine für unseren Arzt selbst. Und irgendwer ist gerade gestorben noch. Ah ja, Fallen Crusader wird gepflegt mit dem Verletzungskasten. Dann sind alle wieder topfit. Dann können wir uns hier noch ein bisschen schauen. Vielleicht finde ich mir hier noch ein bisschen gut. Ah, tatsächlich. Da ist sie. Die große Kiste, die große Behälter. Wir haben jetzt eine Militierung, Heilung, Heilung, Heilung. Alles, was das Abenteurerherz begehrt. Ich glaube, ich speichere mal kurz. Oh, guck mal, da stehen alte Chats. Sind wir bei irgendeiner Militärbasis hier wahrscheinlich. Belassenes Gebäude. Eine Jagdhütte. Ach so. Ja, gut. Da hätten wir uns jetzt auch heilen können, ne? Aber dann reparieren wir mal unser Auto hier. Auch nicht schlecht. Wir haben noch ein Zufallsort. Bibigun. Eine stämmige Frau lehnt sich aus dem Fenster eines Angriffstrucks der Marshals. Rangers. Name ist B.B. Gunn. Schön, zu treffen. Hey, ihr habt wirklich den Job gemacht. Aber hörst du. Wir haben ein bisschen Zivilgesprachstruktion und wir müssen ein paar in die Karte in die Karte. Interessiert? Und bevor du antworten, hier ist eine freie Sample. Für mich so ein Freund zu den Marshals. Now, willst du den Rest sehen? Wow, wir haben gerade echt eine Polizeisirene einfach geschenkt bekommen. Das ist ja cool. Ähm. Ich mach mal Arschkriechen. Das ist nie verkehrt. Danke, dass du so ein großes Vorbild bist, Bibi. Die Marshals bringen uns so viel bei. Oh, danke. Ich erzähle den anderen, dass sie so gesagt hat. Ah ja, ist unser Ruf beim Patriarchen ein bisschen besser geworden. Na gut. Die vielrechtlich beschlagnahmte Dinge bedeutet, dass ihr das Zeug Verdächtigen abgenommen habt, oder? Waren sie alle schuldig? Hä? Oh, ja! Schuldig wie hell! Trust me, alle von ihnen. Ja. Allzu gut. Better than fair, Rangers. This is a prime shit. Irgendwelche Tipps für die Polizeiarbeit in Colorado? Don't let anyone tell you, they're innocent. Ain't nobody innocent in Colorado. They're all guilty as something. If you look hard enough. Ah, naja. Das klingt nicht gut. Schauen wir uns mal die Sachen an, die die haben. Was haben die denn hier? So ganz viele Mods, die wir alle nicht benutzen können. Ja, und Medikamente. Naja, nix besonderes. Schade, ich dachte, die hätten vielleicht noch ein bisschen mehr Automods quasi für unser Fahrzeug. Aber scheinbar leider nicht. Naja. Weichern mal nochmal, weil ich hab keine Ahnung, wo wir hier eigentlich sind. Oh oh. Schon geht's los. Was haben wir hier? Oh, bla bla. Eine Schlucht. Bewegung. Geräusch. Lichtblitz. Die Haare stellen sich in unserem Nacken auf. Keine Angst zeigen. Oder? Nee. Vorwärts. Aber obwohl ihr euch von der Angst nicht abhalten lässt, schafft es die Dunkelheit. Wart im Schleichtempo vorwärts und nicht irgendwo was zu rammen. Nach einer Engkurve leuchtet ein Scheinwerfer zwei große Metallkonstruktionen an der Straße an. Gebäude? Nein. Roboter. Ein weiteres erscheint äh, ein weiterer erscheint hinter dem Kodiak. Die Reservos heulen auf, als ihr die Waffen, äh, sie die Waffen auf uns richten. Okay. Eine künstlich verstärkte Stimme befiehlt euch, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Ihr habt nicht wirklich eine Wahl. Aber warum können wir denn nicht im Fahrzeug sitzen bleiben und von da drin alle erschießen? Das wäre doch auch eine Idee. Finde ich zumindest. Naja. Wow. Ach. Das ist Liberty. Das ist die Tochter vom Patriarchen. Und ich habe das Trash war schade. Du hast einen schlechten Deal, Rangers. Mein Vater ist für Kanonfutter. Geh zurück in Arizona, bevor du ihn ein Kugel holst. Die Kugeln sind und auf deinem Weg nach Hause. Sag ihm, eine bessere Klasse von Spion. Ha. Naja, okay. Wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob das auch im Stream so ist oder ob das nur jetzt gerade hier ist. Bei mir ein Programm gerade. Keine Ahnung. Ich wollte unten die Leiste ausmachen, weil die irgendwie so ruckelt. Das nervt mich gerade. gerne wegmachen. Aber ich finde sie komischerweise unten nicht in meiner Gadgetleiste, was ich sehr komisch finde. Ah, hier. Ich mache den mal unsichtbar, ne? Weil irgendwie finde ich das nervig, dass der so rumruckelt. Okay. Verdammt. Jetzt wissen wir, warum dein Vater uns befohlen hat, dich festzunehmen. Hände hoch! Pfeifen für Bravado, aber meine Roboter werden dich in eine zentröne Römer bis du einen Schuss bekommst. Willst du es wiederkonstigen? Warum willst du deinen Vater stürzen? Glaubst du, dein Vater vernichtet Colorado? Und du glaubst nicht, dass deine Brüder geeignetere Herrscher wären? Ha! Ich kann sehen, dass du ihn nicht kennengelernt hast. Vick ist ein depräterer Kind und Val ist ein Gehirn ohne eine Spie. Ich würde nicht in der einen zu einem zu einem Messstent, nicht nur ein Land. Ich denke, all die Jahre die mein Vater verletzte, sie für glücklich, als ich da war. Gott! Was sollten wir sonst noch über Victory wissen? Erzähl uns was von Veyelah. Die sooner er die besser für Colorado. Er ist der perfect Puppet für einen usurpen wie die Gippers zu put auf meine Vater und claim er ist der legittimate heir. Natürlich würde ihn töten, um den Vater zu füllen. Und die Arschbeißer wollen das nicht. Vielleicht wäre es der einzige Weg, ihn aus Denver zu holen. Die Gippern haben ihre Hände in ihm tief. Die Gippern haben ihre Hände in ihm tief. Ha! Danke für eure Verpflichtung! Squad, raus! Wir haben die erste der drei Kinder vom Patriachen getroffen. Die macht ja schon einen coolen Eindruck. Aber nach dem, was ich so gesagt habe, finde ich nicht, dass sie hier herrschen sollte. Na ja, ein großer Hartplastikkoffer. Schon wieder? Hatten wir doch auch schon. Jetzt holen wir mal einen Haufen Müll. Ich fahr jetzt mal den Weg weiter. Ich weiß gar nicht, ob der Ort, wo wir sind, das ausgelöst hat. Oder ob das eher zufällig war. Wo sind wir denn eigentlich? Warum? Warum bin ich hierher gefahren? Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich will nicht nach Denver. Gehen wir einfach mal zurück nach Colorado Springs, würde ich sagen. Da, wo wir eigentlich hinwollen. Ich wollte eigentlich nur über einen Umweg nach Colorado Springs fahren. Plötzlich bin ich hier irgendwo in der Prärie und drehe damit Victory. Das hat eskaliert schnell. So schnell kann es gehen. Aber überall neue Zufallsbedingungen, ne? Auch nicht schlecht. Die O'Larry-Familie. Schon wieder? Immer schön, euch zu sehen, Ranger. Ich hoffe, dass ich bald nach Colorado Springs komme. Ein kleiner Handel mit euch würde helfen. Was meint ihr? Und jedes Mal kann ich sagen, ui, Arschkriechen und dann mögen sie mich. Schon interessant auch. Was ist das denn? Ein Sägeplatzistus. Benötigt Handgemenge. Das hat keiner von uns. Doch sonst haben die nix. Naja, tschö. Oh oh, Zufallsbegegnung. Dumpferschlag ist hörbar. Felsbrocken, die den Boden erschüttern. Dann noch einer, noch einer. Was? Riesenfrösche. Ähm. Tierflüsterer. Eure Tierkenntnisse nutzen, um euch einen Vorteil gegenüber dem Fröschen zu verschaffen. Da ihr wisst, dass Frösche gut hören, lehnt ihr euch an die Hupe des Kodiaks und lasst die Sirene ertönen. Die Frösche ducken sich und treten zurück, sodass ihr zuerst angreifen könnt. Riesenfrösche. Oh. Verrückt. Oh, wartet. Ich muss mal kurz die Katze rauslassen. Ich hab gar nicht mitbekommen, dass die hier drin ist. Die hat jetzt hier stundenlang anscheinend einfach gepennt. Irgendwo unter meinem Schreibtisch. Komm her. So, da, da. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, wir wollten eine Riesenfrösche bekämpfen. Die sind zäh, auf jeden Fall. Oh. 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 Ja. Ach verdammt, ich hätte Tierflüsterer einsetzen sollen, ne? Die hat auch Tierflüsterer. Schauen wir mal, dass wir den hinteren Frosch zerzen. Zerzen. Ja gut. Jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen in Deckung gehen. Nein? Naja, gut. Ach, Nick. Weil den einen kriegen wir schon tot. What? What? Come on. Wäre echt gut, wenn wir den einen echt noch tot kriegen. Aber der ist so zäh. Das ist schon krass. Okay. Okay. Jetzt ist deine Stunde gekommen, Scotchmo. Danke, dass du drauf hast. Wow. Die Kröte ist gerade explodiert und hat unsere Verbündete da oben getötet. Damn it. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Das muss man wissen. Das ist gefährlich. Gleich mal wieder erwecken. Das verarzten. Ah, ne. Ach, ne. Doch nicht für dich, Idolem. Du sollten, ne. Die Stimpfax kann man ja gar nicht für andere benutzen, befürchte ich, ne. Ach, dammit. Das war doof jetzt. Sie hat keine Heilung dabei. Sie hat nur Geschütztürme. Naja. Wird schon gut gehen. Hä? Ich bin jetzt nicht der Zeit. Ah, ne. Ah. 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 explodieren und meine ganzen Tierbegleiter sind bei denen in der Nähe. Ich habe ein bisschen Angst um die. Da muss ich jetzt echt aufpassen. Ein Konten wird immerhin nochmal bedürzen. Ich meine, wenn Major Tomcat stirbt, muss ich neu laden. Das wisst ihr. Da kann ich nichts machen. Niemand tut Major Tomcat weh. Na, jetzt kann er nicht mehr angreifen. Nein, gegen organische ist er einfach ein bisschen nützlos. Dafür ist er gegen Maschinen umso nützlicher. Okay, Idolem, hau den mal. Ich hab jetzt, ich explodieren frische immer, war das Zufall. Die explodieren immer. Aber das war nicht schlimm. Der war nur ein bisschen radioaktiv. Sonst nix. Das ist ja okay. Wow! Der hat mich gerade mit einem Schlag totgezungelt. Die sind ja richtig lecker. Meine Güte, die sind echt... Also diese Frösche sind nicht ohne. Die halten super viel aus. Und explodieren, wenn sie sterben. Und machen echt viel Schaden. Da kommt einiges zusammen. Das ist schon gar nicht ohne. Diese Frösche. Was genau ist da gerade passiert? Ich hab sie nicht mitbekommen. Das war weird. Das war weird. Du, vielleicht solltest du mal dir in Stimpack reinhauen. Der explodiert jeden Moment. Oder auch nicht. Ach komm schon, ach komm schon Ach so, dann zähm ich mal die eine von den Kröten hier nochmal, von den Fröschen Weil warum nicht? Dann gehen wir wieder zurück in Deckung Oh, ich hab grad die Kröte überfahren, das ist natürlich auch gut Im Grunde Exeggierende Ordnung Ich hoffe diese radioaktive Verstrahlung, die meine Begleiter hier jetzt haben, hört von allein wieder auf irgendwann Oh Gott, oh Gott, oh Gott Okay, jetzt zähl ich mal noch die eine Kröte, den einen Frosch hier, der noch am meisten Lebensenergie hat Schieß auf den anderen Oh ja, Feuer ist gut gegen die Gut zu wissen Und du erweckst bitte mal den hier wieder zum Leben, damit uns der nicht schärft Der natürlich sehr doof süncht Ach ja Irgendwie war der Kampf schon gewonnen, aber die beiden Kröten sind jetzt quasi wieder normal geworden Jetzt wollen sie uns wieder angreifen Jetzt ist der Kampf nochmal von vorn losgegangen quasi Jetzt zähme ich die beiden nochmal Und dann beginnt der Zyklus wahrscheinlich wieder von vorne Mal schauen Bin ich jetzt echt gespannt Normalerweise laufen nämlich die gezähmten Tiere nach dem Kampf weg Okay, jetzt ist einer aus irgendeinem unerfindlichen Grund explodiert und der andere läuft wirklich weg Das war weird Okay, Herstellungskomponenten Müllherstellungskomponenten Muss ich mal kurz gucken Die Radioaktivität Kann durch NoGlow oder ein MPC-Arzt aufgehoben werden, aber hält auch nur noch eine Minute an Ist anscheinend auch nicht so schlimm Denkt, wenn ich das richtig verstehe, nur die maximale Lebensenergie Aber jetzt nicht wie ein Gift oder sowas Wenn ich es richtig verstanden habe Na dann Also Riesenfrasche sollte ich nicht unterschätzen in Zukunft Die sind echt gefährlich Vor allem für meine Nahkämpfer Gar nicht so ohne Gucke ich mal noch schnell Wer Heilung braucht Auf jeden Fall Ja Chiaori Und Der Idioten Danke, ich dachte, ich war ein Gehörer Bei Verletzungskästen brauchen wir auch noch Bei Down hatten So, dann ist das Team wieder einigermaßen fit Wir können aufbrechen Fahren wir noch zurück nach Colorado Ich wollte eigentlich schon aufhören um neun Aber jetzt fahren wir noch schnell nach Colorado In unser Hauptquartier zurück Und dann hören wir Könnt mich auch abschleppen lassen, glaube ich Aber ich weiß immer nicht, ob das Nachteile hat Deswegen mache ich es Da lieber selbst Ich meine, man entdeckt ja auch Sachen dabei In dem Fall War es Ein Ziemlich Unereignisreicher Ähm Ausflug Ja so Ereignislose Reise Will ich nochmal kurz unser neues Genau Dass er uns gleich in der Garage abstellt Unsere neue Modifikation anschauen Die wir haben Oh Wo haben wir denn den Mörser her Meine Güte Ich glaube, wir müssen hier nochmal kurz durchschauen Ich meine, das Ding macht schon auch viel Schaden, ne Aber das macht halt Moment mal Ah ja, genau Die braucht auch mehr AP Deswegen habe ich die Nicht benutzt Weil wir haben nur 8 AP Beim Auto Mit 4 AP Können wir zweimal schießen Insofern ist die auf jeden Fall viel Das Ding ist ziemlich stark Aber Das schießt halt 20 Mal, ne Das Ja Aber wir können einen Mörser installieren Das wusste ich überhaupt nicht Bedeckt eine Fläche Mit scharfen Stachligen Bruchstücken Die die Bewegung einschränken Schießt ein paar davon ab Und seht zu Wie eure Gegner tanzen Ja Ja, ich glaube ehrlich gesagt Wenn ich zweimal schießen kann Werde ich das nicht wirklich benutzen Aber Warum denn nicht, oder? Das wäre auch nett Vielleicht Ergibt sich Ah ja Wir hätten auch hier eine bessere Panzerung Dafür wird unser Auto ein bisschen langsamer Aber Ist besser gepanzert Machen wir Jetzt wo ich weiß Dass da draußen Skorpion Bots Unterwegs sind Aber wo kann ich denn jetzt Die Dekoration verändern? Hier anscheinend nicht Ah Beim Aussehen Ja, das macht Sinn Ähm Das Hühnchen auf der Haube Finde ich immer noch gut Wobei ich sagen muss Die E-Gitarre ist auch nicht schlecht Ah Und das ist die neue Polizeisirene Ha Hat schon auch was, ne? Vor allem, dass das so leuchtet Die Polizeihupe Aha Dass das hier so leise ist Aber ich glaube, da nehmen wir mal die Polizeihupe Und die Polizeisirene Ist lustig Okay, cool Das verkaufst du gleich noch mal Das ist nicht immer so wichtig Ein bisschen Was ist er? Achso Na schönchen Hühnchen Da würde ich sagen Speichere ich jetzt mal Da machen wir für heute Schluss Hat mich sehr gefreut War wieder wirklich cool Schöner Stream Dankeschön an alle für Bits und Abos und Zuschauen und einfach dabei sein und alles. Und ich glaube, ich werde jetzt noch was essen. Dann schön langsam ins Bett gehen. Also euch auch noch einen schönen Abend. Gucke ich mal gerade, wer ist denn gerade noch online? Kenne ich da irgendjemanden? Wie funktioniert denn so ein Raid? Hat schon mal einer von euch so ein Raid gemacht? Wisst ihr, wie das geht? Twitch. Dass man quasi noch mit allen aktiven Zuschauern in anderen Streams reinspringt direkt. Hm. Würde mich jetzt echt gerne jetzt noch hinkriegen. Das wäre schön. Das wäre eine schöne Tradition. Könnte man anfangen, dass man einfach immer andere andere Kanäle raided, ne? Ich habe leider echt keine Ahnung, wie das ist. Ich speichere noch mal schnell. Doppel speichern hält besser. Arbeiten, teilen, melden. Ne, melden will ich mich eigentlich nicht. Naja, ich werde bis zum nächsten Mal rausfinden, wie Raiden geht. Und dann machen wir das in Zukunft ab jetzt. Das ist, glaube ich, ganz nett immer. Wenn man dann zum Schluss noch irgendwie Stream von einem anderen reinraidet. Aber gerade weiß ich leider echt nicht. Ich schaue mal noch im Stream Manager, ob das hier funktioniert. Das ist mein letzter Versuch. Dann gebe ich für heute auf. Kanal Raiden. Da steht es tatsächlich. Okay. Ich drücke mal drauf. Alles sehr langsam bei mir gerade. Aber gucken wir mal. Okay. Ah ja, da habe ich einen Kanal, dem ich folge. Org J. Da bin ich vor kurzem zufällig drüber gestolpert. Da raiden wir jetzt rein. Komm schon, Scotchmo. Hör auf, du wirst mich nicht meinen Eltern wissen. Ich bin immer glücklich, eine Botte zu erzählen. Metroid Red spielt der gerade. Na dann, ich sage noch mal Tschüss und jetzt raiden wir da rein. Und jetzt raiden wir da rein. Funktioniert irgendwie nicht. Naja, keine Ahnung. Ich bin jetzt raus. Ich weiß nicht, worum es nicht geht. Aber ich sage jetzt Tschüss. Mir hängt sich alles auf. Gute Nacht, falls ihr mich noch hört. Keine Ahnung. Ciao. Ciao. Ja. 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 Vielen Dank.